guten tag liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu let's play daisy standalone und ja es ist endlich soweit ich habe eure ganzen kommentare gelesen auch der curry ist dabei hallo hallo und der cyphes ist dabei und der gigant ist dabei der gerade aber noch kurz gemütet ist ja und viele hat es gestört dass wir nicht auf dem whitelist selber spielen weil das problem war ja dass viele leute nachschauen konnten und dann scheiß gebaut haben aber obacht leute es heißt nicht dass ihr nicht mehr mit uns spielen können im gegenteil ihr könnt auch mit uns der sie spielen wo wir das ganze jetzt ein bisschen geregelter gemacht ja was gefragt was denn nee ist gut das bedeutet ihr könnt mit uns spielen aber ihr müsst euch für den server bewerben weil das problem ist so haben wir keine stream sniper mehr so haben wir keine leute mehr die irgendwie scheiße bauen die unsere wir können jetzt endlich der sie spielen könnte base bauen wir können zelte anpflanzen wir können sachen anpflanzen also richtig die sie spielen wir können waffen looten gehen alles und der server den habe ich euch unter dem video verlinkt rasselbande-daisy.de heißt er und wer gerne mitspielen möchte und gerne auf den server möchte und man mit uns die runde spielen möchte einfach die video beschreibung öffnen und das steht auf diesem server spiele ich in der video beschreibung und dann könnt ihr gerne nachjoinen und ein teil dieser wunderschönen geschichte werden und jedoch ab 18 das muss man noch mal sagen ja genau sind sein genau also rasselbande-daisy.de ja und seid nett zu den admins das ist mega geil weil die haben uns jetzt hier die möglichkeit gegeben und was ich auch gefeiert habe die haben gesagt wenn wir mal events machen würden wir uns externen server stellen also hammergeile leute und deswegen machen wir mal ein hashtag rasselbande in den chat einmal ja auch bei curry geil müssen wir mal machen mega so ich habe keine ahnung wo ich bin alter ich bin an bahn oh kann es sein wenn du an bahnsteam bist dann bist du bestimmt auch beresino ey ja ich bin bestimmt beim schiffswrack glaube ich Schiffswrack? ja warte ich glaube mal da runter da ist eine lichtung ich guck mal wir mussten leider jetzt diesen schritt gehen ja ich weiß viele fanden es cool einfach nachjoinen zu können und so aber wir mussten den schritt jetzt gehen weil das problem war irgendwann war halt so viel chaos ja hast du ja letztens im stream gesehen in der letzten folge da war schon geil wo wir in der bude da waren und so aber es war wiederum kein fairer kampf weil der gegner wusste immer direkt wo wir sind ja ist natürlich hier auch nicht ausgeschlossen aber es ist auf jeden fall ja ist gut ist halt dass die leute nicht einfach mal einen so eben weg schießen können ne weil das wird halt sind halt auch direkt bestraft mit einem bahn oder so wenn das irgendwie kein Grund hat weil das ganze das gute ist man kann hier videobeweise abliefern und wenn man das dann da hinschickt dann werden die leute einfach gebannt und gut ist genau hier gibt es auch ein festes Riegelwerk hallo ist das einer von euch ja ich glaube gerade ins industriegebiet hallo hallo ähm wissen sie wo wir hier gerade zufälligerweise sind alter laufen ja wölfe da hinten ja die muss er aufpassen alle wenn die ich kriegen bis zum armen zino ist das hier äh 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 krass ich wusste gar nicht dass es äh äh zwischen wölfen der sie gibt weißt du worauf ich heute bock habe leute dass wir uns basic sachen suchen ja dass wir uns ein zelt irgendwie organisieren vielleicht finden wir ja eins irgendwo im wald ein lager machen und was anpflanzen und selber essen machen und so dann gehen wir auf jagd nach tieren und sowas hätte ich heute bock ja was mein dir ihre jagen ja also einfach dass wir uns immer eine base bauen halt mit essen und so ja ja wir müssen halt doch also die wölfe sind wirklich krass ne also wenn wir in so was rücken ich habe eine ich bin der frau und ich habe so er winkt und ich habe ein rotes t-shirt an also versucht möglichst auf dem weg zu bleiben wenn ihr irgendwo ganz lang ist ja auch gerade über die hauptstraße zeit ist wo ist deine gigant wo bist du curry ich bin noch in inland also ich komme jetzt gerade hingelaufen das dauert halt ein bisschen ja dann können wir ich bin gleich bei gorka ungefähr wie lange ist das zweitweg von der von uns es geht ich gucke mir das würde wenn ihr erst nicht so viel ist die nächste stadt wenn ihr auf dem auf den server ich bewerb bitte lest euch die regeln vorher durch weil ihr werdet gefragt und zweitens bitte benehmt euch bitte macht keine scheiße und wenn ihr uns trefft ist cool freut mich auch freut uns auch aber bitte rennt uns nicht die ganze zeit hinterher sondern spielt auch ein bisschen selber weil das soll ja ein bisschen dieses survival ähm survival feeling sein weißt du und das würde ich mega feiern wenn ihr auch klar einige ich will zwei wenn einige von euch am start sind aber bitte bitte benehmt euch wobei ich das bei einem whitelist server auf jeden fall ähm schon glaube ich dass die armen sehr guten dienst machen dass man dann nicht irgendwie äh troller auf den server hat oder so die haben ja auch gesagt sobald ein troller hier kommt wieder weggeblockt also versucht es erst gar nicht ne ne so denn jetzt bist du das ich bin jetzt gerade bei den garagen okay hier kommt über der wolfsmaske ja äh wolf wolfsmaske ja mit so ner ne der ist von payday halt so ner maske ah ja ja der ist gerade mit mir ich komme jetzt genau auch dahin ich habe keine ahnung wo die wolfsmaske gelaufen sind ne ne das bin ich siehst du das ey jo alter jo jo ok es gibt es ja hast du ja essen oder sowas meinst du wollen mal looten hier äh es gibt halt die äpfelbäume ich kann dir sonst noch zwei äpfel geben oder so ja kannst du mir mal zwei äpfel geben hast du für ne wache ne ok ich hab doch keine mehr okay lass mal hingehen ahja ich weiß was du machst du aber ist das hier hallo hallo ich hab ne ich hab ne blaze oder wie die heißt geil aus mann zeit mal bleib mal stehen jo man guck mal hier das ist der cyphes leute ja ich weiß ja wo der cyphes damals sagte daisy ne ich bin so verpackt und jetzt zockt er halt selber mit dem bekloppt na genau auf rasselbandes rp erwünscht das ist auch nochmal wichtig zu sagen oh geil das ähm die leute halt hier möglichst auch also letztens hatten der gigant und ich halt in so einer situation wir sind halt wir hatten keinen loot und sind halt irgendwie die straße entlang gelaufen auf einmal steht neben uns halt ein komplett full gilly typ auf und steht halt voll der hatte voll bewaffnung alles und meiner so kann ich euch helfen also das war halt echt cool man also die leute die sind ja echt cool drauf das ist jetzt nicht so bist du denn gg also ich bin an der küste sagst du jetzt ich mach kurz die map auf das geile ist halt wir sollten aber uns alle immer gleichzeitig ausloggen und gleichzeitig auch weiterspielen weil ich glaube das ist irgendwie cooler auch für die videos weil wenn jeder dann auf einmal da wieder ja gut man kann ja man kann auch einfach dann wieder zu dem ort dann zurückkehren ja machst du ja nicht weil wir stehen ja jetzt und müssen ja auch auf dich warten hier ne also ich meine jetzt ist egal weil es ist ja sowieso erst am anfang aber ist halt doof wenn du am anfang immer warten musst bis alle da sind und so weißt du hört man mich ja aber jetzt müssen wir uns ja erstmal alle finden das jetzt hört man nicht hört man nicht hört ich ich komme jetzt auf jeden fall nach Paris ah nice Alphys rede mal normal bitte hallo ja ich bin's hallo ja ja das war lauter stellen aber wenn du gleich schreist ich bin's hallo ja ne ja wie gesagt ich bin noch ein bisschen erkältet deswegen boah ich hab's so gut am morgen ne ich geh morgen erstmal 9 9 9 neues mikro und so alter mega geil ja geil man sagst mir dann wie es ist dann ja hörst du ja dann ja hörst du ja dann ey long moron und so bewerbt euch doch alle auf dem server die sind voll korrekt würde ich am besten jetzt machen weil jetzt ist noch nicht so viel los genau äh den link dazu wie gesagt findet ihr in der Videobeschreibung und das steht auch immer hier im spiel rasselbande bindestich daisy.de aber ihr müsst euch die regeln durchlesen denn ihr werdet abgefragt ich bin gleich ein kamishobo leute ja ok euch hochkommt zu euch wo seid ihr wo seid ihr gerade äh im beri während sie nur anfangen während sie nur anfangen gut dann renne ich nach oben zu euch ja gerrit ist auch hier auf dem server ne ah ja aber momentan spielt er nicht weil der liebgerät leider erkältet ist ja ja aber der ist ja auch auf dem server ne ja haben auch gestern oder vorgestern noch gespielt gehabt der gerrit ey wenn ihr seht was der sich aufgebaut hat was für ein zeltlagermann der hat da echt vier fünf zelte also größere zelte nebeneinander aufgestellt und alle voll mit waffen und essen wo ist das zelt warte lass mal kurz hier reingucken syves polizeistation oder warst du das schon äh ich war hier noch nirgendwo ne gerade auch erst hingegen laufen äh nicht am besten nicht alle immer hinterher rennen boah das ist so eng hier nicht dass man glitscht auf jeden fall brauchen wir den hut hier syves syves irgendwie nen rucksack oder so findest du ja ich sag Bescheid ich könnte sogar einen bauen glaub ich wirst du einen haben bitte was naja wenn das geht ja 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 wie nur der dennis so weißt du ja hier draußen liegt einer nur die zwei Assisi da streamst du eigentlich auch syves äh jetzt gerade schon ja ok der syves streamt auch also syves unter sich ja auf twitch und der gigant auch und der curry auch also ihr könnt ihr aus allen sichten sehen wenn ihr wollt ich weiß auch gar nicht ob man äh per multistream 4 äh ja doch das gibt es das geht glaub ich bis 8 bis 8 krass geil man alles ja hab ich den curry grad da gehört bin ich bekloppt ne ah ja wo ist das hier alle wo hier feuerwehrmann lol hallo moin 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 dennis ich hab da schon eben auch dem curry gesagt du kannst mit äh shift und tab ne map öffnen ja ich weiß hab ich gehört sind sie die feuerwehrmann in dieser stadt ja 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 sonst müssen halt erstmal ein bisschen grundversorgung hier aufbauen ich finde es aber geil dass die dc community sich gerade ein bisschen wieder aufbaut freut mich mega ultra ja das spieler hat auf jeden fall potential aber die spieler machen das eher so nicht die entwickler meiner meinung nach ja 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 service hast du den glitch eigentlich jetzt raus hä mit dem Apfelbaum ja ah ja den nervegraus ja ja wie geht das ich bin vorne ich bin vorne ja dass wir die äpfel bäume ich glaube er läuft gerade vorbei ja was ist das denn da läuft alle mit der maske runter die hier glaube ich oder ja hast jetzt eine facecam nein da kommt so zögerlich der facecam kommt irgendwann mal ganz überraschend so wenn ich so ein bisschen noch ein bisschen länger und mehr leute dann noch mal kommt der facecam hallo wo bist du jetzt hingegangen seyphus bin bei den apfelbäumen cool hei 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 hast auch ein geiler namen dafür alter mega cool dass du dabei bist man liegt eigentlich kuschelt auf der couch mit dem handy und guckt ja der lm ja ich bin vorne bei den apfelbäumen ok ja der der lm sollte ich mein mikrofon holen der sommer mitzocken auf dem baum zu rennen und sobald da search for apple steht f-span ne 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 soll ich es vielleicht zeigen ja dann kommen wir da vorne ja ich habe keinen platzreifen klar ich komme du bist bei den ersten applebäumen stehen vorne ja vorne genau da am zaun ich bin dann zum holzzaun apfelbäumen heißt es nicht äpfelbäumen ja hast recht ja kennst du die doch alle und was die erste denn jetzt mal hin hocken ja hock dich hin ja geh mal in third person und einer ja mit der kamera ganz auf dem boden ja so nah wie möglich an den baum ran dann hebt du die kamera langsam bis das search for apple steht dann spammst du f das ist ein witz zumindest hat das bei mir geklappt an manchen seiten geht das zumindest noch nicht das darf nicht abbrechen ich probiere es mal an der seite hier klappt es bei mir zum beispiel gehen wir gleich auf meine seite wenn ich fertig bin ja bei mir bricht er immer ab genau wir kommen hier aber ich habe mich ist dann auf diesen witz gekommen wo gucken und dann ganz unten also schön langsam hoch gegeben der kamera und schön daran den baum vor allem wird er immer noch da ist alter gab es ja damals schon ich hab's kurz ja jetzt ja es ist immer eine stelle hier aber es war ich mache das einfach normal ich bin zu behindert dafür deshalb ist mach du da mal und dann gib mir mal äpfel ich habe es immer schon zwei es ruckelt hier ruckelt gar nichts leute ach so ich sollte ins hört person gehen ich war ein first person sorry also jetzt habe ich ja 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 aber ich sammle kann der äpfel der macht die animation auch jetzt lol ist das für ein scheiß ist nicht mal jetzt voll und füll dann wieder den rucksack ja 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 ich bin der apfel bauer aller wo findet man denn zelt zum beispiel an der military base alles was auch gut ist dass die jetzt ein stein haben das wichtig ihr braucht jetzt steine und einen vollen rucksack voll mit äpfel und dann können wir an die military base rein damit wir erstens das als waffe so in erster linie und und halt wegen wegen damit wir t shirts schneiden können wegen wegen wrecks weißt du wegen wegen verbänden gute idee steine findet man an der straße meistens ja irgendwie so ich habe selber noch nicht richtig herausgefunden die man aber an der textur dann ja es ist so gekrisselt dann ne ja ich bin leider sick weiß nicht genau ob ich das überleben werde oh nein muss kotzen man muss kotzen ja der gigant sollte letztens auch kotzen aber ich weiß muss als daft werden oder so irgendwie ja ich gehe ich einfach also how to loot fast apples du gehst sie an den baum ja ich setze sich darunter in hocken in third person so wie jetzt und dann machst du so ist kotzen und dann guckst du genau dass das deutsch bei apple steht und dann müsst ihr ausprobieren irgendwann steht unten ganz viel ich habe ganz viel gesammelt ich habe ganz viel wenig gesammelt ich habe ganz viel gesammelt das steht dann immer links und dann müsste ein bisschen ausprobieren und dann geht das also ein stein findest du direkt und dann kriegst du es zum b2 zombie es funktioniert auf jeden fall am küste an der küste am wasser findet man immer steine ja logisch steine findet man im kies ja bei alessia kies findest du die weiße genau jetzt seht ihr jetzt funktioniert guck zack zack guck mal wie viel ich jetzt sammle hier so jetzt habe ich den ganzen rucksack voll hier liegen immer noch äpfel weil ich erst noch ein paar und dann hole ich mir den stein genau auf dem server gibt es auch bestimmte pvp und so und ein safe house gibt es auch wo ist das gigant das pvp haus das wie gesagt das tritt halt erst mittwoch in kraft dieses ja er wenn das darf steht dann direkt aufhören aber dann bist du schon halt rated energizeit glaube ich also dann kommt hier ein messer und so das hast du eine bandage nee warum blutest du kannst kannst du ein t-shirt zerschneiden wenn du willst ich habe nichts zu schneiden er holt den stein hast du eine bandage hier meinst du den stein wasser curry ist nichts alles gut es ist immer noch geil es gibt immer noch die map im spiel und die kannst du einfach nicht benutzen das sind ja auch meinst du das es gibt ja die map du kannst ja a full map auf standard ist und du kannst sie nicht öffnen da gibt es die ja ich habe jedoch hier gerade und wenn ich ende also kann ich sie nicht öffnen richtig dumm warum gibt sie dann hier im spiel aber schon gut dass sie nicht gewöhnt ehrlich bin weil das das wird komplett dass der die vielen rausnehmen man kann die sogar öffnen ja komm mal her wenn du kannst eben ich hatte ich hatte letztes mal auf die hand gehabt das ging auch nicht aber ich glaube da gibt es einen knopf für weiß ist einer vielleicht in dem chat er ist ich kann mich daran erinnern das 1 vielleicht also ich bin jetzt schon müde mal gucken aber ich habe bock zu zocken ein bisschen zu sitzen mit euch liebe zuschauer naja also ist krass um die uhrzeit unter der woche immer noch 900 leute bei mega danke dass ihr dabei seid danke auf jeden fall auch für die ganzen däumchen das fühlt mich mega freuen wir dann noch kräftig ich will mal so dass man hallo oh mein gott schön unter zombies ach so sie habe ich gerade schon gesehen ja ich habe die aufbauen spät ja dann behalten sie die auch noch kommen sogar mit sie können sie haben sie können doch anpflanzen oder und jetzt bin jetzt an der factory dann kriege ich ihn cool dann immer zu dem roten auto dann treffen wir uns ja gleich ja guck mal der seifer slogan hat auch irgendwo und er braucht bandagen ja ok 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 danke wird der gigant infiziert sich ständig mit dem steering kit wenn er damit seine blutung fix noch mal du infiziert sich ständig mit dem steering kit wenn er damit seine blutung fix ja dann muss ich aber halt übergeben glaube ich das ist glaube ich in der sie leitmittel für alles ne einmal kotz und dann geht es wieder sei bis wo bist du ich bin gerade am grund hier gegenüber der mannig stehst das ist so ein rotes haus oder ich komme ich komme zum beinahsbaum ja ich bin da genau lass mal kurz steine sammeln gehen die leute versuchen jetzt zu drohen obwohl die gar nicht weit ist ja ja das ist schon zuhören leute was ihr müsst euch bewerben müsst euch bewerben auf der forum kann halt die habt ihr habt die links wahrscheinlich eingetan und einfach einfach bei google rasselband oder so das ist ja und die müsste 18 sein halt na ja genau also lukas geht leider nicht dennis ich muss noch mal kurz kotzen gehen ja geh mal kurz alter das war so nervig oh kth hat er aus dem bus stand und da oben geballert hat immer als er mich einmal der schlimmste moment war für mich als er mich einmal als wir in der luft waren ja mit mir den challenge versuch nee du warst auf einem berg und da kann er mit dem kampfschirm an und dann alter das gericht ich weiß doch wie der curry ausgerastet ist alter ich werde nie vergessen oh geil äh seifers hast du ein zombie eingesperrt kann das sein hier im haus der löfte jetzt hat man mit dem geschenk rum aus zu essen langsam sei es erstmal kurz den stein machen gehen ja ja ich komme sofort eben noch mal kurz die map öffnet man mit dem visierknopf ach es sind zuviel apfelbäume das ist der visierknopf rechte maustaste dann oder wahrscheinlich ja kommen wir gehen nochmal ausprobieren ich muss kurz kotzen vor allem ich weiß jetzt wie man feuer macht man sie müssen unbedingt mal auch wir gucken dass es mal nacht wird irgendwann mal machen die feuer dann noch nicht was denn ich wusste ich dachte man braucht immer ein ding dafür hier so ein streichholz oder sowas aber das geht auch ohne streichholz echt ja es geht du kannst das mit nur mit einem baum du brauchst nur messer und ein baum und dann kann man das schon vorher machen oder was weil du kannst du dann irgendwie baum das ist auch aber früher gibt musste man immer nicht also ich mir wurde das alles ja ernst gezeigt was ist denn der visierknopf und lokomov oder was nenne von dem lieben tipps ach so der pipser macht die bücher gehst du die noch ja mann stell mal drauf alle ist also geil wie öffne ich das jetzt hier doch die karte jetzt kann sie aber nicht öffnen alle leute ich glaube das geht nicht ich gehe jetzt mal zum stand und wenn man stand ja der sie läuft auf jeden fall flüssiger oder jungs aber mir ja hundertprozentig also ich denke jetzt kommt immer noch drauf an wo man rum rennen aber es läuft glaube ich schon besser wie lange ich nehmen schernow war zum beispiel elektrone alten zeiten man was wir da alles für kämpfer hatten ja ich habe eine warte übrigens auch mal stehen dass er mal wieder der sie zocken soll aber da teilt meine nerven hier aus bis 5 uhr nachts wieder hier zu sitzen ja ich hoffe es wird hier auch mal nachts auf jeden fall man geht genauso und nachts ist es auch wieder eine ganz andere art und fähre so einfach ein stein das reicht dann oder was ja da ist kennst du doch da können wir da konnte man doch so ein kleines steinmesser draus machen dann kann man die t shirt zerschneiden dann hast du auf jeden fall bandagen okay leute ich probiere es gleich mal was ihr da in den chat schreibt und es sein dass das funktioniert ihr seid noch ein eri wenn ich locker locker bekommst du klar mit dem netten also ist viel einfacher curry oder ja 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 gut ich habe ich habe man hat ja früher auch immer die map benutzt nur halt auf dem zweiten bildschirm oder so aber das ist halt auch gut weil du das immer dann so weg ploppen kannst und ich mal raus tippen danke für eure ganze tipps im chat leute ich finde einfach kein stein hier damit war damals die map war damals nicht kleiner nee die war schon immer so groß wir haben die kaltbahn enden ist denn noch diesen typen der nachts creepy mit dieser laterne umgelaufen ja man das video alter so geil holy moly ich wünsche mir immer ich habe nicht mal gewünscht mal so jemanden zu treffen aber schon mal vor wie geil das ist hallo auf die idee erstmal zu kommen alter aber allein und er doch irgendwie so horrormusik abgespielt ja ja genau aber allein so kommen der macht das halt aber für die leute die ein dem begegnet das ist ja viel krasser so weißt du das ist also das ist so heftig das muss ich mir dann mal reinziehen jetzt habe ich einen steil gefunden ok wie mache ich das jetzt kraft ist ja genau vier meinte das cheater bei pubg gab ja hatten wir da auch haben müsste first person spielen ja ich bin first person bei pubg irgendwie ist noch zu unausgereift fast abgelehnt ich finde schon die animationen und so passen einfach nicht zum spiel aber das ist ja geschmackssache ich kann wieder kotzen gehen ich bin jetzt in gorka geil ich stein also es wäre eigentlich gut falls sie irgendwie winchester munition finden dass sie die mitnehmen weil ich habe da ich habe noch eine winchester also die kann ich abgeben halt ich habe 30 schuss dafür stein ist nicht so alter ich muss sie da kaputt schlagen die alter mit die kaputt geht jetzt haben wir gestern musik und alles und dann dachte ich so kommen für den stream heute fangen wir alle neu an habe ich mich das einfach selber umgebracht hat sich die musik irgendwie hälfte so von komisch an kopf gehalten und dann habe ich aber abgedrückt warum hast du dich denn umgebracht ja wenn dann fangen wir alle zusammen weil du wusstest doch dass ich auch nur habe erst noch blut endlich verarschen also wirklich noch blut natürlich aber warum soll ich denn sonst mitten mitten im land gewesen sein oder musst du dich jetzt eigentlich perfekt 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 da musst du ja eigentlich muss ich sagen ja schießen das was wir was ich letztendlich ganz ausgemacht hatte weil das er mich dann wieder abhol kommen wenn wir dann spielen ja aber ich hab da zwischendurch dann wieder gespielt das ist halt blöd ja ich werde dann darauf achten du hast dein versprechen nicht gehalten du das heißt gleich tribunal und hinrichtung oder ja ich habe noch munition ja ich habe auch 30 schuss also ich finde beinebrechen ist ja können ja können ja können ja so eine so eine schiene ich bin ja die ganze zeit lang weiß ich kann kommen und dann hörst du so hinten so oh scheiße da sind wölfe kommen wir laufen wieder zum gigant rüber ja der wird aber so aufgefressen von den weißt du er liegt immer nur noch der gigant kopf rum alter der gigant kopf was ist das denn hier alter man kann ja würmer auch sammeln ja lecker ja man kann ja angeln heute kommt mein mathelehrer so in die klasse rein ich so quick mass hast du nicht gesagt danke lieber chris danke 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 hast du nicht gesagt bin ich raus gebrettert alter gigant muss bestimmt erst mal direkt vor die tür oder so ja da muss er ja immerhin raus ich habe ja alle der gigant kommt immer so in die klasse so hallo guten morgen und also mit seinem vogelnest ich habe mir noch mal ein twitterbild angeguckt schön dass du dich über mein aussehen ist ja kein hallo habe ich nicht ist ja kein vogelnest das ist ja das ist ja ein flüchtlingscamp da oben kein teil auf dem kopf was kann ich auch eine hose zerreißen jetzt mit dem messer geht leider nur mit t shirt hier in two racks danke gern für die tipps richtiger profi überwärts vor allem um die äste typ sagt so fragt so was nicht so ne das ist anders so ach ne moment keine ahnung aber manchmal hängst du fest ein bisschen ne ja aber gerade steht eine frau vor mir mit einem geschenk und weiß hallo ich bin der zieler leute musst du eigentlich morgen zur schule gegangen ich kann sie leider nicht hören wenn sie reden liebe biene marie marina biene ich kann dich leider nicht hören ey doch die marina alter marina was geht ab hey was ist jetzt los hier steht ein bagger alter geil ich loote mal weiter sag mal nein ach egal ich hör die ja nicht die bewegt die lippen aber sag nix hä eigentlich müsste man die hören hat nix gesagt wo seid denn ihr ich bin jetzt ein berenzino was denn curry hat jemand gesagt wenn ich die muni auf meine Inventarleiste ziehe dann kann ich die dadurch schon nachladen ohne die immer extra auf die Waffe ziehen ach lol echt das geht hat jemand gesagt anscheinend schon warte was wenn du deine muni also deine einzelnen Schüsse auf die Inventarleiste ziehst wenn du dann die Tast drückst dass er dann nachlädt vorher kennt Dennis den Giganten der ist ja seit neuestem er ist da boah wie lange bist du schon dabei ja woher kenne ich dich eigentlich alter ja ich glaub GTA Lobby wer bist du alter ich bin damals einfach in GTA Libera in Libby hast du den Echo gehört boah alter ich brauchst kein Soundboard mehr für Echo morgen ist vorbei boah ich hab nen Rucksack gefunden oh ne da kommt man oh nein ey dann kommt der so hallo hallo wer will nochmal nochmal wie man das macht alter was denn es kommt drauf an wenn du Effekte hast in deinem Soundboard wenn es keinen Effekt hat dann geht halt nicht aber ich hab mir das angeguckt und diese Effekte die kosten 70 Euro mehr ne es gibt noch ne andere Version ohne Effekte und die kosten einfach nur 120 Euro ja welche Version ich hab keine Ahnung ja du hast halt die mit Effekten geholt ja die werd ich mir aber auch holen vor allem du hast einfach 50 Euro mehr bezahlt ne bei Thoman ist 50 Euro weniger egal Qualität alter für die Zuschauer morgen komm ich auf den TS und so hallo hallo ne so voll im Bass hochgedreht so weißt du geil und alle denken das ist Boca wie teuer ist denn dieses Mischpult gewesen 200 ne 200 200 stell ich mir auch geil mann fast nur 200 die ganze kannst du dir auch kaufen hast du auch ne Spender gekriegt da ja ey Ja ich werd das Re finanzieren in den Stream Refinanzion 350 Euro Döner kommt alle her leht ganz Neu Neu habit zu Döner essen ein ich versuch das schon also jetzt gebietsch Ernst zurückzugeben die löten den Kulitatatät ey der hat mich gedittet ey das war das geilste ey ey wo seid denn hier, ich bin Berenzino, ihr Affen, seid ihr unten am Turm? nee grad nicht, ich laufe grad durch die Stadt und loote ein bisschen, jetzt bin ich am Berenzino Junge, das ist nicht, ich bin oben, alter, der ist wieder am Berenzino komm mal zum Turm da ist fehlt nur noch Curry was hast du denn Curry? was ist das denn für ein Loot? eben was grünes ne Mistgabel und so ne komische Mistgabel man will einfach zusammen zum Airfield laufen? naja ich komm jetzt in Richtung Berenzino oder beziehungsweise das wir es gibt auch so ein Camp, oder? es gibt ganz viele, ja mehrere kleine Military Camps gibt's ok das passt perfekt zu mir gerade ey dieses Handel hä? Alter, es donatet ihr wieder bekloppt danke Roga, danke für die Donation die donaten alle rein, man geile Typen ey wenn ihr so weitermacht, hab ich ja das Sound-Ball das Sound-Ding Mikro durch, bald wieder finanziert hey Cypherz möchtest du mein Mikrofon haben, mein altes? 5000 5000 5000 5000 5000 5000 weil Dennis da reingerotzt hat, seine Rotze ist einfach so viel du kannst wissen wie das riecht ey oh meine Waffe ist weg, scheiße vor allem sein Pop-Schutz da, weißt du, wenn er da Lüner gegessen hat und die ganze Knoblauch da jetzt dran hängt du, das riecht einfach mit deiner Mutter zwischemack oh mein Gott was Curry? meine Waffe ist weg, warum auch immer ja, hast du wahrscheinlich abgelegt, da hast du ihn abgeworfen toll, alter, geiles Spiel, ich hab keinen Bock mehr ist egal oh mein Gott richtig gerne Loge der Curry ey richtig gerne Loge Junge, 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 hättet ihr da nicht ein bisschen früher sagen können ey alter, der war doch früher schon so weißt du doch Curry Alter du musst halt immer drauf gucken und lass am besten den Balken immer unten auf den Balken immer unten auf der wurde früher immer die ganze Zeit angezeigt warum jetzt nicht mehr ja, weil das so Atmosphäre nicht so gut passt, wenn er unten im Balken ist am besten ein ganz leerer Bildschirm ah alter, hab ich mir geschocken okay guck da war immer ein Zombie hinter mir ich hau den mit dem Mistgehalt kaputt, komm ja doch kleiner geiße alter jetzt hab ich ne Waffe äh jetzt hab ich Munition aber kann die Waffe nicht laden geil diese Sander oh man ey die Leute wollen dass ich Titanic singe nein okay oh Gott ey äh ok war das mitten auf der Straße Leute das war glaub ich als ich die Muni geswitcht hab ne das war hinter dieser Baustelle da äh ich bin jetzt äh da wo du meintest halt komm mal zum Turm geh warte ich komm wir lassen uns am Turm hat die mir eigentlich von euch der dunkle Turm geguckt? oder der schwarze Turm wie du immer hieß? warst du kacken oder was? geil was macht's eigentlich mit eurem bestens auf sich? könnt ihr mir das mal sagen? nein dann verstehst du nicht geil guck mir Alter der war echt will ich guck manchmal haust du halt raus ey der war geil jetzt warst du kacken alter den dunklen Turm komm ausgekannt welchen bin Connery ausm Arsch Alter ohne Witz komm zu Gandalf raus du darfst nicht vorbei Alter geil Alter oh man ey ich komm zum Turm geht doch wieder zur military Basis ja das machen wir ja dann zum military man machen wir gleich ey was ist denn da drum qualitata alter qualitatita nein nein qualitatät qualitat qualitat ja das muss man halt den Leuten in Form von qualitatät zurückgeben qualitatät ey wenn die Leute donaten dann muss man das halt irgendwie also ich find das nicht gut dass du dich über meine Sprache lustig machst ja hast du dich noch letztens darüber beschwert ne ja qualitatät da hast du ja selber gelacht ne nö hab geweint oh sorry ey dann wollte ich das nicht sagen man tu mir leid hab geweint wo bist du denn jetzt wo bist du denn jetzt wenn jetzt man ja hier am Bahnhof hallo 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 wunderschöne guten Abend du hast n Zombie hinter dir Gigant ja dann schieß dir mal weg bitte ja womit soll ich zu schießen mit der Missgabel die Zacken da vorne so ja so wurde der Gigant immer aus dem Dorf getrieben deswegen wohnt er jetzt in Deutschland mit der Missgabel so weißt du komm her du Esellutscher du so hä du Esellutscher alter das ist auch ne geile Beleidigung ey schön der Gigant war immer hier ist der Rucksack Gigant guck mal der Gigant war immer da zuständig um die Esel zu befriedigen damit im Dorf endlich mal wieder was was ach Leute wann wie was ist denn jetzt los alter hä wer ist das da vorne wer wer kommen denn die ganzen die sind jetzt hallo 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 guten Tag was hat der denn in der Hand ja das ist nein ich ein Geschenk oh ich hab die Waffe glaube ich gefunden ey geil das Geschenk könnten sie denn einem Gigant geben oh danke oh danke Teddy Bear steht einfach in der Ma stimmt Teddy Bear steht einfach in der Bandage Leute Leute guck mal ist davon nur der ganze Kram die ich gefunden hab leg mal hin bitte die Rucksack an der Reise lol warte die Säge möchte ich haben danke die ploppen einfach weg alles klar dann bist du noch da ich hab das selber genommen sollst du ja hat er doch gesagt so okay kann ich mit der Säge an jemand machen willst du echt nix davon haben willst du echt nix davon haben ja ich muss erst mal mich nehmen ey hör doch ey hör doch auf du bist so ein Affenelde ey hör auf damit ich stehe okay die Säge ist funktionstüchtig dankeschön super test oh fuck du hast du deine Hand Seifes ja versuche es und du bist tot hau ab die ist echt hartnäckig alter kein Zombie olle man die soll ich verziehen ey die Drecksau oh mein Gott du bist doch ein Schwein alter du bist doch ein Schwein man komm her bleib schön Seifes geh weg mit dem Sack alter geh weg mit dem Sack wie kann ich in den Sack immer kopf ziehen geh du wenigstens weg der mit der Säge soll herkommen aber das bist du ne ich bin da mit der Säge wie kann ich in den Sack immer ziehen jetzt mal ehrlich wie geht das ich hab ich hab nen Helm auf das geht nicht bleib mal stehen jetzt nein ich will keinen Sack auf dem Kopf haben alter ich dachte gerade man komm ich mach's halt ab holy shit ja bleib doch stehen du machst das nicht aber du nimmst mir gleich den Helm ab Alter Junge das ist zu wissen guck mal her Seifes oh ist das schön guck mal her Dennis starts covering your head ja das ist egal Delfa wir müssen ihn stoppen komm wieder da rein ich renne solange ich kann ist halt geil ok komm ich mach das jetzt ab da ne 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 ich hab die Säge wo ist die scheiß ich hab die Säge verloren nimm erstmal den Sack aufs Hand alter ok warte ey das nimm meinen Helm an hab ich komm ich mach das jetzt ab man 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 äh der Toto der Toto fragt ob er auf dem TS kann wir sagen ihm auch der soll sich äh leiser stellen du bist drin du bist drin komm jetzt mal ich mach dir die Hand stelle Ihr könnt mir auch entgegenlaufen schon mal. Ja komm, ich saß, Syphus. Bleibt da stehen, man. Ich kann dir nicht helfen. Ich seh das doch unten links ganz im Chat, Alter. Kommt mal die Straße hoch. Nach, äh... Ja, der Syphus kommt. Ich begleite den Syphus. Ich lauf vor, ne? Ich lauf vor. Guck mal, hier ist Syphus. Hier ist noch was drin. Hier komm, ich mach dir das ab. Nee. Du willst mich nur einsperren, Mann. Ja, dann ist der... Oh, das wird richtig problematisch, ey. Geh da nicht hoch, Alter, du bist hoch. Oh, Lovitz, ey. Oh, ich mach's jetzt ab, Syphus. Ich kann ja nicht hoch, Syphus, ne? Komm runter, ich hab nix in der Hand, komm. Hab nix in der Hand, Syphus, komm runter. Was hast du mir eigentlich angedeckt? Sind das Handstellen, oder? Nee, komm runter, ich helfe dir. Ich hab nix in der Hand, komm jetzt. Guck, ich hab nix. Komm jetzt. So, wie mach ich das denn? Wie der Sack immer so auftaucht. Komm. Okay, ich vertraue dir. Okay. Nein! Aber ich... Oh, ich will einmal nur sehen, wie das aussieht. Jetzt warte da mal. Komm, einmal. Oh, in die Ecke treiben ist auch gut. Kannst du die Tür nicht aufmachen, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Ich kann die Tür nicht aufmachen. Ja, komm, ich mach das ab. Ist echt scheiße, jetzt. Ja, ist richtig scheiße, ja. Wo seid denn die Jungs? Alles gut, alles gut. Wo seid die Jungs? An der Feuerwehrwache? Ja, du musst mir helfen, den Syphus festzuhalten. Der läuft die ganze Zeit weg. Ja, ja, ganz ehrlich. Report ist raus, Alter. Ich will die ganze Zeit... Report ist raus. Trolling. Komm mal her. Mach die Tür zu. Schnell, mach die Tür zu. Der kann fliehen. Nein, nein. Tür offen lassen, bitte. Nein! Nein! Festhalten! Alles festhalten! Oh, mega leck, ey. Mach die Tür zu! Ah! Nein, Tür offen lassen, bitte. Ja, Freiheit! Freiheit! Nein! Okay, komm her, komm her. Ich war's weg. Ja, okay. Oh mein Gott, ich werde umma. Ich bin tot. Ey! Ich bin so safe tot, Alter. Mach den Zombie kaputt! Oh mein Gott, ich bin so safe tot, Mann. Ey, das war so klar. Fleischwolf incoming, Alter. Ne, ich verfolgt nen Zombie und ich bin gefesselt. Boah, Alter, der wache... Warte jetzt. Ey, kann jemand mal... Ich verfolgt nen Zombie, ich bin gefesselt. Kann ihn jemand mal banagieren? Junge, nimm den Sack weg, Alter. Dann sterbe ich lieber durch die Verblutung. Kann jemand mal den... Ja, komm. Ja, der kommt mit euch. Okay, einmal banagieren den Syphus. Okay, lass es zu. Ich seh ja noch alles. Ernsthaft? Ja. Verarsch mit dich. Hast du ne Löcher reingemacht? Ernsthaft? Siehst du alles noch? Ja, ich seh alles noch. Du verarsch mich doch. Mach ich jetzt die Hand schillen, aber warte mal. Dankeschön. Ich weiß wie. Komm, mach das ab. Du bist gleich da. Ja, ich sag wo du bist. Ich mach den ab. Ja, komm. Komm mal zum Turm, dann treffen wir uns erstmal da. Warte, ich kann ihn selber machen. Ich kann ihn nicht ab. Okay, ich renn weg. Wegen Zombies. Ich komm zum Turm Karina. Keine Tür aufmachen. Keine Tür aufmachen. Oh, aber die Tür ist so weit. Ich komm halt von oben. Was ist jetzt los? Ja, wegen dem Schuss kommen natürlich jetzt tausend Zombies. Wir müssen rennen. Oh mein Gott. Oh, schön. Tut mir leid, war ein bisschen Spaß. Kann man euch helfen? Man muss auch die Funktionen im Spiel ausprobieren. Wie der Seif ist gerade... Hä, wie sind denn hier schon wieder? Hallo. Ähm. Hallo. Schönen guten Abend. Guten Abend, wie geht's Ihnen? Ja. Sind Sie alle Bewohner von Berends? Ja. Oh. Äh, können Sie den Helm den Herrn Seifes wiedergeben? Ja, das bin ich, du Affe. Seifes geht gar nix. Alter, ich möchte meinen Helm wieder haben, Mann. Seifes ist Oberteil. Bitte mal den Helm wieder. Nö. Oh, Vorsicht, da kommt noch ein Ungebetner. Oh Gott. Ungebetner. Ja. Ich muss gleich unbedingt an den Brunnen dran oder so. Ja. Ich glaube, ich muss hier aus der Stadt warten. Muss was trinken. Oh, ähm. Das ist gut zu finden, das ist echt schwer mittlerweile. Ne, eigentlich gut. Ja, ähm. Na, klappet. Hallo, guten Tag. Bist du das da mit dem Sack in der Hand? Nein, Daisy ist nicht wie PUBG, Leute. Das sind zwei komplett unterschiedliche Games. Das ist einfach ein Survival-Game hier, Daisy. Wo Zombies in der Welt leben. Seifes? Ja. Was ist denn hier los? Völkerwanderung? So. Was denn? Ich hab Handschellen, ja? Ich hab Handschellen, ja? Ja, gib mir die mal. Oh, Dennis, äh. Wir haben keinen Schlüssel dafür, ne? Nein, aber gib mir die nochmal. Ja, die liegen doch da. Also, äh. Nochmal bitte, Görich. Wir sind jetzt beim Klan. Was machen wir? Bei dem, äh. Oben. Hallo. Hallo, Alves. Ja, du musst halt erstmal runter. Hallo. Ich glaub, das ist da, wo das Krankenhaus ist. Genau, genau. Ran einfach runter, ran einfach runter. Hallo. Ja, lass mich mal tauchen. Lass mich mal tauchen. Okay, wo ist... Okay, da ist Gigant. Lass mal alle zum Gigant gehen. Ja, gib mir nein. Ja, gib mir nein. Ja, gib mir nein. Ja, gib mir nein. Blau, weißer Badimus. Schalalalalala. Ja, geil, Mann. Blau, weißer Badimus. Schalalalalala. Kann ich meinen Helm wieder haben? Ja, Brasino. Ja, Brasino. Ding, Ding, Ding. Hat jemand Duct Tape? Duct Tape. Uh. Dö, 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 dö. Der Feuerwehrmann. Leider nicht. Uh. Negativ. Ich hab noch ein 3. Ich hatte jetzt unser Trupp hier, oder was? Sind das jetzt irgendwelche Randoms wieder, oder was? Ja. Ja. Hat das gut geklappt, ey. Und wie viel? Ich hab noch 380 Ammonie, wenn jemand braucht. Egal, wir gehen jetzt alle zusammen zum Meer. Da fehlt's und nilbronig. Gut, dann würd ich sagen, alle auf dem Weg zum Meer, wenn der Curry eingetroffen ist. Ja, klar. Oder nicht? Aber der Curry kommt jetzt gleich. Der Curry kommt jetzt gleich. Nee, also, nee. Jetzt einer mehr geht nicht. Oh, hat jemand was zu essen? Nein, nein. Nein. Na komm mal her, komm mal her. Oh, danke schön. Oh, der ganze Umschub, Alter. Kaum tragt ein Mädchen nach Essen, Alter. Darf ich die Gasmaske haben? Ja. Let's go. Feuerwehrstation hast du gesagt, ne? Boah. Dankeschön. Guck mal, Gigant. Das ist ja aus wie deine Mutter. Oh, wow. Komm her, Gigant. Nee, Silvis. Okay, nochmal ruhig da wieder. Nee, Silvis. Die Gasmaske. Weiß, ich kann ich nicht anziehen. Hab schon ne Gasmaske, glaub ich an. Ganz klar. Okay. Ist ja aus wie Bane. Ich hab einen... Ähm... Wer ist Dark Fox? Will ich nicht. Immer wieder ein Random auf dem TS. Wer ist Dark Fox, Dennis? Kennst du den? Mhm. Ist ja gut, dass du das immer wieder sagst, weil dann wissen die Leute Bescheid. Halt doch einfach die Klappe, Junge. Hä, die kriegen doch eh nicht IP raus. Welcher ist ein Seifel? Okay, Leute, ähm... Ich bin's. Hier. Mit dem orangenen Backpack. Hast du Muni für deine Waffe? Äh, ja. 30 Schuss. Alles perfekt. Alles perfekt. Okay, gut. Ich geh wieder in Bosna. Ich bin schon in der Stadt. Ich muss nur grad die Feuerwehrstation suchen. Ah, okay. Ist aber ein Stückchen weiter runter. Ja. Wie sollen wir das machen, liebe Zuschauer? Sollen wir jetzt mit den Randoms alle rumlaufen und gucken, was da passiert? Und wir... Oder sollen wir die wegschicken und wir laufen jetzt einfach alleine durch die Gegend? Wie damals. Ja, schreib's mal gerne in die Kommentare. In den Chat. Das ist natürlich echt ihr entscheidend, ne? Ich finde jetzt nicht, wo man sich bewerben kann. Klick mal wieder in die Videobeschreibung und guck mal auf die Website. Jan, hast du ne Axt oder so? Ich? Ja, oder irgendjemand? Gar nix, gar nix. Ich finde hier so'n Zombie. Ich will jetzt nicht schießen. Ich würde aber gerne hier so'n richtigen Rucksack mal bauen. Geht aber nicht. Ich bin auf jeden Fall jetzt an der Feuerwehrstation dann. Alles gut, dann müsstest du gleich am Feld... Müsst es ja jetzt auf dem Feld sein, oder? Ne, noch nicht, noch nicht. Ja, brauchst noch ein bisschen, alles gut. Also ein Stückchen muss ich noch rennen. Okay Leute, folgendes. Ich habe gerade mal die Community gefragt. Also viele möchten, dass unsere Truppe halt alleine loszieht. Ja? Weil das Problem ist, sonst ist dieses Feeling im Spiel halt nicht da, weißt du? Wenn wir jetzt alle mit der ganzen Server über die Karte rennen, ist ja nicht so, dass dann irgendwie gefahren sind und so. Deswegen wäre cool, wenn jeder für sich selber spielt. Ja, spielt ihr ruhig in eurem Trüppchen hier. Und wir machen uns gleich mal auf den Weg, weil wir wollen ja auch paar Sachen machen. Und man sieht sich dann bestimmt mal wieder in der Welt oder so. Oh, da rede ich mal mit rotem Rucksack. Wäre es okay für euch? Also heute keine Stadt aufbauen und sowas? Ne, heute noch nicht. Also das machen wir bestimmt noch, Striker. Ja? Ich bin jetzt da. Aber heute geht es einfach darum, dass wir erstmal... Curry, du hast ein Zombie hinter dir. Ja, ich weiß, ich kann halt nichts machen leider. Dass wir einfach so ein bisschen was aufbauen und so weiter. Komm, komm, komm auf die hin! Hilfe! Als ob die wieder auf mich gehen, ey. Was ist das? Da sind 300 Leute, das Cyphers ist irgendwo, du kannst weiter weg, die rennt zu Cyphers. Alter, was ist denn da los? Die Winchester haben hier... Ja, ja, kannst du mir geben. Ich hab wohl die dafür sogar. Irgendwas wieder von mir. Boah geil, ey, danke für die Winchester. Ich hab dir jetzt einfach hier... Oh mein Gott. Ja, dann musst du ja nicht die nehmen. Sonst gibt's sicherlich wieder Tote. Oh Mann. Eifel stinkt, er zieht die Zombies an. Siehs genauso. Aber es ist echt so, wenn ich jetzt die Munition auf den Slot zieh... Ja. Das man dann... Muss man halt danach. Aber die Munition muss passen, sonst wechselt er die. Wenn die nicht passt, dann... Das muss ja Rang sein. Wenn's nicht organisiert ist, dann passt die nicht. Ey, was ist das denn jetzt gerade? Warte mal, ich hab die Munition hingelegt, die ist jetzt weg. Ah ne, ich hab's in der Hand. Pfff. Ist doch ne Winchester oder ne? Ja. Ich hab ne Winchester auf jeden Fall auch. Ja, wie viel Waffen hast du denn jetzt schon wieder? Ich hab eine nur. Aber ich hab auch ne Winchester Modell 70. Oh, schickes Gewehr. Hier. Also ich hab ne Winchester, ich hab ne B95, aber da kommt Winchester Modell rein. Magst du's haben? Ey, keine schöne Waffe. Ey, keine schöne Waffe. Ne, ne, behalte mal. Ne, ne, behalte mal. Ne, ne, behalte mal. Oh Mann. Wo ist denn jetzt die... Wo ist die Axt? Wo ist die Axt? Wer hat die Axt gerade genommen? Gerade genommen. Ich Axt. Ich nicht. Ich hab sie nicht. Bitte die mal auf den Boden legen. Dann nimm du einfach die scheiß Kack. Mein Gott, ey. Wer ist das hier eigentlich? Wirbel, ey. Wie heimlich der das macht. Okay, Leute. Also der Gigant des Cyphers, der Curry und ich, wir ziehen jetzt... Hä? Der Gigant des Cyphers. Das bin ich. Lol, alter, der übertreibt direkt mit dem Loot, ey. Alter, ich war nicht mal in einem Military Camp oder so. Das ist einfach ne grüne Jacke. Wir ziehen jetzt los. Gemeinsam. Ja, bitte tut mir gefallen. Rennt nicht hinterher oder so. Sondern macht... Baut eure eigene Story hier im Spiel auf. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Das wäre viel cooler. Anstatt wenn man jetzt die ganze Zeit gemeinsam hier durch die Welt rennt. Weil das ist irgendwie dann der ganze... Die ganze Atmosphäre ist weg. Wie die Waffe ist jetzt geladen oder was? Alles klar. Kannst du ausprobieren. Wobei, mach lieber nicht. Wo ist Cyphers? Ich bin hier. Warte. Ich probier mal ganz kurz den Schuss aus. Oh nein. Okay, wir sind weg. Okay, ich renne schon mal. Ich renne schon mal. Der Loot ruft der Zombies. Alles klar. Macht's gut, Leute. Tschau. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Ja, bitte. Glaub ich. Das hier, oder? Ja. Ja, ja, ja. Lass mal sammeln. Gigant, wo bist du? Hinter euch direkt. Ich hab noch grad nen Plan. Alter, was hast du denn für ne Waffe? Mann, wo hast du die innen her? Die hast du gekriegt, oder? Nee, Winchester hab ich gefunden. Ich hab sogar zwei Stück gehabt, aber ich hab die verloren. Mit dem Visier drauf? Ja. Ich hatte noch nen Sporter, glaub ich. Mit dem Visier. Alter, krass. Aber die ist weggepackt. Die hast du auch gekriegt von dem Mann, Gigant. Voll der Wichser. Boah, es sieht aber voll geil hier aus, ne? Die Sonne geht ihm wieder. Hä, ist das ne Mosi? Eigentlich solltest du mir die geben, ey. Ja, warte mal. Stopp, warte mal. Gigant, hast du die Waffe von nem Spieler gekriegt? Ja, ja. Dann tu sie wieder weg. Ja, dann tu sie weg, ich sag mal sie auch. Ja, nein, ganz kurz. Du musst überlegen. Ist schon gut so, komm. Du musst überlegen, Dennis. Ich hab mich auch gestern mit nem Mosin umgebracht. Das ist scheißegal. Wenn jetzt Wölfe kommen oder so, dann ist doch viel besser, als wenn wir in irgendeiner stirfen. Kleiner Startschuss. Kleiner Startschuss. Kleiner Startschuss. Okay. Ich hab dir da auch ne Winchester mitgebracht, Dennis, ey. Wie viel Munition hast du jetzt dafür? 15 nur. Ach so, hab ich die irgendwo gefunden. Ich hab die irgendwo gefunden. Ja, aber selber. Ja, genau. Ich hab die irgendwo gefunden. Wo wollen wir denn jetzt hin überhaupt? Ey, ich find das sieht aber grad so neis schon wieder da auszuspielen, ne? Ja, ne, die Grafik. Wollen wir mal links da looten in der Stadt? Das wäre Silo. Okay, laufen wir nicht hin. Lass doch mal so ne Military Base laufen, Leute. Oder Militärcamp. Ist irgendeins in der Nähe hier? Ja, wir könnten... Also Militärcamp mäßig ist halt eins ganz im Norden. Aber das ist ein bisschen weiter weg. Da kann man schon fast Nordwest. Wir könnten halt die Straße hochlaufen, wo ich hergekommen bin. Da kommt man halt an Gorka und so vorbei, ne? Ja, lass da hingehen. Das ist halt die Route, die wir beim letzten Mal auch gelaufen sind. Dann kommt man halt in Richtung Nordwest eher viel. Ja, lass da hingehen. Gorka ist, glaube ich, in die Richtung hier, wo ich grad hingucke. Ja, genau, genau. Wo findet man denn Zelte, zum Beispiel? Boah, keine Ahnung. Military und den Jägerständen im Wald. Okay, dann lass mal gucken. Und lass mal gucken, ob wir Seeds und so finden, ne? Du hast ja grad gesagt, die sollen ihre eigene Story aufbauen, ne? Kommen die so nachher an mit so einer Army, Alter und der Schicht. Ja. Oder nehmen uns fest. Ja, das wär wieder geil. Ja. Die sollen sich das cool durchplanen, wie das geht. Und nicht einfach nur hinterher hin oder so. Ja. Ja, wie läufst du denn, Cyphys? Guck dir das an, Mann! Ganz normal. Ey, bei mir doch so voll gebürgt und der Kopf fängt so nach oben. Ey, wie machst du das denn? Wacht in die Hand nehmen und guck. Und dann halt. Ja, der macht gar nicht die Atmosphäre kaputt. Der wohnt irgendwie in Iggy durch die Gegend. Aber ey, bleibt mal kurz stehen, Leute, ja? Einfach mal stehen bleiben. Dann guckt mal wieder durchpfeifen. Ja, stellt euch mal alle in einer Reihe, ja? Ey. Und guckt einfach mal runter in die Stadt, wie geil das einfach aussieht. Einfach mal kurz genießen, den Blick. Alter, das feiere ich mega, wie das hier aussieht. Ist das nicht schön. Warte ich immer ein bisschen weiter weg? Schau mal an, Leute. Schau mal in den Screenshot, Manni. Oh, da können wir kurz schießen. Warum? Ich will gucken, ob ich den Zombie treffe. Was? Ja, mach. Ich will gucken, ob ich den Zombie treffe. Oh, da rennt ein Typ. Wo? Hör auf. Nicht, dass der, der denkt, der schießt auf den. Man trägt bei dem Baum da. Achso, ja, ja, okay. Mach ich nicht. Der scheiß nicht gleich ein. Geh weiter. Ja. Wir müssen da hinten im Norden, geradeaus, wo ich gerade drauf zulaufen, die Straße müssen lassen wir hoch. Ja. Glaube ich. Ne, also Guarka, mal links ist ja Merenzino. Ne, ich glaube, ist weiter links noch ein Stück, ne? Ja, ja, weil Merenzino ist ja links am Kran, ne? Ja, ja, genau. Das ist rechts über den Berg rüber. Glaube ich, Alter, geil. Ja, ich dachte, da wäre die Straße, wo ich hergekommen bin. Ja, also ich glaube, rechts ist dieses Krypto Schießmichtodt da, am R4, Nordost. Macht doch sowas für die Frühe, das war ein super Streams. Ja, wir sind ja gerade dabei, Leute. Müsst uns jetzt aber erstmal was aufbauen, weil wir haben halt gar nichts. Der Gigante rennt mit einem Mistkabel durch die Gegend. Und da kauen. Toto fährt mit dem Bus, ist der hier auf dem Server? Was für ein Bus? Gigant? Ja, Gigant ist die ganze Zeit gemutet, Alter. Das ist super blöd. Was ist das jetzt? Bitte entfernen Sie sich oder wir müssen schießen. Bitte entfernen Sie sich. Bitte entfernen Sie sich. Komm, bitte her, hallo. Gigant hör mal bitte auf dich immer zu muten, weil wir können nie mit dir reden. Ja, ich bin nicht gemutet. Warst du doch gerade? Ich bin nur, achso. Achso, ja gut, ja, ja. Äh, ist der Toto hier auf dem Server? Ja, der fragt die ganze Zeit halt wegen dem Dinges, aber... Der hat nen Bus, ne? Ja, der hat nen Bus. Echt? Ja, dann sollen wir mal rumkommen hier. Dann wollen wir mal hier im Nordwest Airfield Sprecher. Dann soll der mal nach Biri kommen. Aber der weiß doch niemals wie man da hin kommt, oder? Ja, der kennt sich, äh, 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 äh... Ich glaub, mein Games get crashed. Ne, ne, das hatte ich auch. Kann man hier was trinken eigentlich? Bei allem ist das hängengeblieben, geil. Ne, nicht trinken, nicht im Wasser. Ne, bitte nicht, bitte nicht, sonst muss ich kotzen. Warte doch mal ganz kurz, Leute, hallo. Dann lass doch mal ganz kurz den Toto Bescheid sein und so mit dem Bus uns abholen. Ja. Sollen wir den hier draufholen oder? Ja, ja. Dann sag den, der soll nach Gorka fahren. Dann stelle ich den gleich erstmal auf minus 50, ey. Der hat dir übersteuert, oder? Ich sag den kurz, warte ich. Bin dem Bus nicht zum Lachen, ey. wenn er mal drin ist ja dann legt er los ja ja ich glaube jetzt nochmal klar hatte sich dann das kurz auf twitter alter zollt uns mit dem bus ab leute jetzt was jetzt hier los aber wie geil das einfach auszuspielen ich finde vor allem die kantenblättungen in diesem spiel so nah ist die flimmert gar nichts die ist verschickt das hier ist das seite sollte guck mal das ist ja das ist das seite ist das gegant hey was das denn alter jetzt siehst du richtig bekloppt aus kann man hell wieder ja bock sind aber was machst du da kürri ganze manche halt meine füße war Hä? Äh... Was ist das denn jetzt? Hä? Ich hab keinen Helm an, Alter! Alter, gigantisch! Pfff! Hä? Junge, ich hab keinen Helm an, Alter! Wie der einfach so ganz stumpf umgekippt ist, Alter! Hä? Alter, ihr seid Helden, Junge! Ich hab Epinephrin, das kann ich dir geben, oder? Dann spielst du wieder auf! Junge, Alter! Ich hab den einfach ausgemacht! Alter! Ist doch klar, wenn ich keinen Helm anhab! Hä? Was hab du... Hä, was machst du denn jetzt? Hä? Hä? Oh mein Gott, Junge, dein ist jetzt nimm'n den Sack! Hä? Ja, Simon's Box! Nichts, der geht dann natürlichen... wieder zurück, ey! Warte zu! Hallihallo zusammen! Hallihallo zusammen! Moin, Toto! Toto, wo bist du mit dem Bus, aber? Ja, ich bin mit dem Berrettino! Ja, nein! Ey, wenn wir jetzt alle mit dem Bus kommen, dann mit dem Toto, ey! Kann ich leben! Komm, wir holen dich, ey, pack das weg, Juri! Wir holen dich, wir kommen alle zum Bus, Toto! Ja! Da sucht man nicht, euch nur nachzumachen, hier! Ja! Weißt du, wo wir grad langgefahren sind? Hast du das gesehen? Wo langgefahren sind? Ich bin schon am fahren, Alter! Wir sind schon im Steuer, Alter! Ähm... Weißt du, wo die Plattenbaus sind? Da unten, oder was? Ja, bei Beresino, da sind so Plattenbaus. Hast du die schon mal gesehen? Ja, vor mir sind wir natürlich, seh ich grad! Da sind wir, da kommen wir reingefahren, allein in die Hütte da! Jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Wenn du auf'n Kopf fliegst, Alter! Wir brauchen alle ne Bushaltestelle, die 508 kommt! Jetzt machen wir jetzt mal Roadtrip, Alter! Da können wir uns mal hier nen Block abholen, ey! Ja, ja, genau! Haben wir ja grad gesagt! Ich glaub nur, das sind die richtigen Blocks! Alter! Alter, was ist das? Was seid ihr? Wie viel seid ihr denn? Ich dachte, das bist nur du! Wie viele Totos gibt es denn, Alter? Hä? 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 Nein! Um die, Alter! Um die, Alter! Um die, Alter! Was? Ich stecke ein bisschen fest! Warte mal, wir kommen mal in deine Richtung gelaufen! Komm, wir gehen mal da hin! Wo müssen wir denn da hin? Hier rechts, Alter! Hier ist ein Hut, Alter! Nun! Guck mal auf, die ganze Faser, Alter! Wir sind genau am Kran, sind wir! Okay, da kommen wir hin! Wie viele seid ihr denn? Äh, ganz viele! Ach so, Scheiße! Ja, nicht mehr so viele! Zwei Stück hab ich überfahren, aus Versehen! Er hat schon, er hat schon damit klargekommen, weiß! Hast kein Ticket? Komm her! Äh, ich will denn auch mal fahren in den Bus, ey! Warte mal! Nee, Alter, werden wir alle wieder draufgehen, Mann! Ich fahr gut, Juri! Ey, Leute! Okay, Mann! Ich vertraue dir, ey! Ich wurde gerade zurückgeportet, warte mal kurz! Ey, sorry, Mann! Ey, lass mal gleich die ganze Scheiß-Bus voll machen, Alter! Ich hab zwei aus Versehen von mir! Ja, genau! Richtiges Daisy-Feeling! Wow! Ey, wo seid ihr? Ey, wo seid ihr jetzt? Wo ist denn der Bauchkram? Der ist genau vor dir! Der müsste vor dir sein! Ja, der ist gleich links, Dennis, links! Ich seh' nicht! Irgendwo links muss der Kram sein, doch! Ey, muss der der Scheiß-Kram hier! Der Bauchkram ist genau in der Mitte vom Parenzino hoch! Ey, ihr wollt zum Kram! Ey, wir haben doch gerade die Schüsse gehört, die bekannt aus dieser Richtung hier! Ja, Kram ist doch gerade aus hier durch! Äh, hallo! Das ist doch richtig! Äh, was denn? Kann einer deinen Zobby mal? Und du selber noch? Das macht doch du bist so ein Zobby, Alter! Ich wurde schon 8x geschlagen und von dir jetzt 5x gefestet! Ich hab keine Angst, ich kann leider nichts machen! Hä? Ey, was soll das denn? Ich hab mir jetzt mal Popeye angeflogen! Ey, will die einfach weitergehen, statt mal zu warten! Ja! Ne, ich will den abhängen, der rennt mir hinterher! Ja, bring ihn doch mit, ich mein'n kalt! Echt? Okay, Mann! Was? Ich hab den Totoo gar lauter gemacht! Oh, oh! Der kommt! 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 Was ist hier denn los, Alter? Hä? Hä? Oh, lol! Der hat dir den Bus! Ja, moin! Bei mir ist der Bus gar nichts! Hab doch noch ein Plätzchen frei! Der muss einmal einsteigen! Ey, ich fahr! Komm! Mach's gar nichts, Alter! Wir müssen probieren, den rauszukriegen! Ey, geh mal weg! Ne, jetzt auch nicht! Ich hab den festgefahren, Alter! Ja! Ey, wo wir jetzt fahren? Ja, guck mal, der ist festgefahren da! Oh, nicht euer Ernst jetzt! Warum fährst du? Nicht euer Ernst jetzt, oder? Nein! Der fährt mal gebackt! Kannst du aussteigen, Totoo? Ich bin doch hier, neben dir! Geh mal raus, Gigant! Ja, jetzt kommt er um, die Fahrer, weißt du denn? Lass mal machen, hier! Geh mal raus! 2x50 bitte für eine Tagskarte! Geh doch raus, Gigant! Ja, geht grad nicht! Ey, wieso? Ich schwöre, es geht grad nicht! Hier, ich drück drauf! Ja, also! Ey? Was ist denn jetzt los? Ich schwöre... Ich kann echt nicht aussteigen, ne, jetzt mal nur Joke! Warte! Hallo! Oh mein Gott! Ich re-log mal kurz, ne? Ja! Ja! Warum? Ja, weil ich nicht aus dem Bus aussteigen kann! Jetzt bist du ausgestiegen! Ich glaub, du bist zu dick für den Bus! Steig ich denn da ein! Ah, hier! Ah, ich komm hier raus! Oh mein Gott! Der fahrgommandant streikt zu, Alter! Aber du, der Bus ist kaputt, wenn du wieder eintritt! Ah, der hat den aufgesetzt! Der hat den Bus aufgesetzt! Der hat den Bus aufgesetzt! Der Bus ist kaputt, Alter! Ja! Oh mein Gott! Toll! Ey, ich dachte, wir können jetzt hier schön mit Bus fahren! Das gibt's doch nicht! Ah, scheiße, Mann! Der hat den hinten aufgesetzt! Guck mal, der Gigant klebt im Betonblock, Alter! Ne, 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 ne! Guck mal, der hintere Reifen, der hängt in der Luft! Ach, scheiße, Mann! Äh, die Gang, klick dich mal drunter! Ich brauch noch den, Mann! Ich brauch noch den, Mann! Ich brauch noch den, Mann! Alter, wenn wir den irgendwie schieben können, sonst wär's doch geil, Mann! Kann man nicht mitwärts fahren, ne? Wie schalte ich die Gänge? Oh, richtig! Da ist so ein Truck! Oh mein Gott! Was ist das denn jetzt? Was ist die letzte los? Oh, da kommt ein Truck angefahren! Ey, der Truck soll helfen! Der Truck hat bei mir gerade Reifen! Ja, bei mir auch nicht! Bei mir auch nicht! Der fährt alleine! Da sitzt gar keiner drin, Alter! Was ist hier denn los, Alter? Ey, wo fährt der hin, Alter? Ey, der fährt weg, Mann! Juhl! Ey, bleib stehen! Halt! Ey, der soll uns anschieben! Bleib nicht stehen! Ey, stopp, stopp, stopp! Hilfe! 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 Hey! Weiß einer, wie beim Steeplein im Gang wechseln? Mit, äh, Q und E! Hallo! Steeplein bitte! Herr Truckfahrer! Polizei! Herr Truckfahrer! Oh mein Gott! Alter, wie viel Gas gibt der denn jetzt, Alter? Jo, der ist düster durch, guck mal wie! Toll! Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht! Ey, der befährt gleich jemand! Ich bin mal vom Bus den Reifen geklaut! Was? 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 Ja, das geht auch! Ja, das geht auch! Probier das mal aus! Die Reifen abmontieren! Ja, probier das mal aus! Wir sollten dann fahren! Und dann gehen wir dran machen! Dann gehen wir dran machen! Dann gehen wir dran machen! Ey, warte mal! Der Bus! Hey! Jetzt mach mal dran! Mach mal dran! Mach mal dran! Mach mal dran! Ey, alle Reifen sind ab! Und hast du gemacht, Gigant! Ja, ich hab keine, warte! Ey, da fehlen noch ein paar! Jetzt! Jetzt! Ah, nee! Geh die hinten ein bisschen weg! Ja, da vorne, das muss auch weg! Nee, das ist schon gut so! Das ist schon gut so! Ah, warte! Ne, vorne! Scheiße! Warte! Ah, Gigant! Ich soll dir was ausrichten, ne? Oh, nein! Wenn du nochmal Autos kaputt fährst, ne? Du sollst dich auch anziehen! Hä? 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 Wo soll ich die anziehen? Warte, warte, ich muss los! Ja, ey, der wackelt! Der Bus wackelt! Ja, das ist gut! Nochmal, Gigant! Geh nochmal dran! Oh, Gigant! Okay! Takt! Warte mal noch Punkt 2-2, Muni, ey! Takt! 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 Warte mal die Räder alle dran! Irgendwie Punkt 2-2 heißt es, ich glaube! Ich hab was für dich! Ja, genau! Ey, wir wollten voll Serious Day-Z spielen! Jetzt sind wir hier beim Bus! Dann fällt ein Geister-LKW durch die Stadt! Hast du mal Zeit? Äh, Punkt 2-2? Ja! Ich kann nicht mehr! Boah, danke, Alter! Nice! Ich hab noch mehr! Ich hab noch mehr! Ey! Ah! Ey, was redet da mit dem Eifen! Ey! Repariert mal den Bus, Leute! Wir haben alle keine Reifen mehr da dran! Toto, was hast du denn gemacht? Ich wollte hier durchfahren und dann ist das Ding auf einmal rückwärts gefahren! Das Ding hat keine Bremsen! Ey, Curry, wer bist du eigentlich von den Leuten hier? Ey, hier! Hinter dir! Hinter dir! Hallo, hier! Hier der? Das hier, ja! So, jetzt guck mal einfach geradeaus! Guck einfach geradeaus, wie du grad guckst! Könnt ihr noch die Reifen dran machen, oder wie ist das? Oh, der geht einfach schwimmen, Alter! So, mach mal Reifen wieder dran, oder was ist jetzt hier? Ach so, ja, warte! Ich hör den Dennis noch reden, live im Ohr so! Ich kann nicht, ey! Sonst kommt da viele nicht auf, ey! Möchte jemanden auf den? Ich kann das nicht... Was? Ich kann das echt nicht mehr dran machen! Kann das nicht mehr... Kann man jemand den Reifen dran machen, bitte? Ey, Leute! Wir müssen den Bus wieder auf den Vordermann bringen hier! Ich fühl mich interessiert, Alter! Ich berichte sie viel, ich mach! Leg mal den Reifen hin! Wir machen hier die Bus, Michael! Alter, ey! Um die DLC, Alter! Ich blick nicht mal durch, Mann! Ey, gang, gang, gang! Wer sitzt denn jetzt so, Gigant? Äh, äh, zweifest mal nicht! Ach, jetzt weiß ich! Guck mal! Hi! Oh, warte, warte, warte jetzt! Oh, oh, oh! Warte! Jetzt müssten wir hinten noch hinten auf der gleichen Seite noch einen Reifen haben! Ich seh den Bus gleich schon wieder Schrauben ziehen, irgendwo in der Luft, Alter! Warte, warte! Der passt sich gar nicht dran! Der explodiert gleich! Tutu, wie hast du das eben dran bekommen? Was ist ein Autoreifen? Kein Busreifen, Alter! Nein! Nehmt die Reifen mit für einen neuen Bus, genau! Wir nehmen alle für unseren Reifen mit, Alter! Und dann unten reinlegen! Wir brauchen gleich erfallen! Okay, warte, warte, warte! Wir sind überhaupt in die Situation hier reingefahren, Alter! Ey, weil wir läuft die ganze Zeit ewig rum! Ey, ich bewege mich! Warte! Was? Der Bus bewegt sich! Warte! Vielleicht gleich mal der Flips und fliegt über den Baum, Alter! Ich hab's! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Macht alle Reifen! Alter, lol! Alles klar! Torö, Torö! Auf geht's! Auf geht die Fahrt! Einsteigen bitte! Ey, Vorsicht! Der rollt! Ey, hör auf zu rollen! Nein, nein, nein! Lass uns erstmal nach vorne! Nicht alle da drin sitzen! Wir haben keine... Da fehlt ein Reifen! Ey, da fehlt... Ja, warte doch! Da kommt doch! Es ist ein Reifen dran! Mach mal eine Radio an da vorne! Warte, Dennis! Warte, warte, warte! Lass uns den Reifen rein! Ja, ich bremste auch! Kannst du eigentlich... Ich sag dir das, die gebremst nicht! Der bremst nicht! Wie, hier sind die Bremsscheibe aufgabst? Der Bus rollt und rollt! Ich glaube, wir müssen mal zum TÜV flotten! Ey, hinten fehlt die Motorklappe beim Bus! Da fehlt auch ein Reifen! Wo ist der Reifen denn jetzt hin? Der muss verkühlt werden! Der Gigant ist mit dem Reifen abgehauen! Der Gigant hat den Reifen aufgegessen! Der hat ihn aufgegessen! Ey, wo ist der Reifen jetzt? Ey, wo ist der Reifen jetzt? Der steigt jetzt auch einfach in den Bus ein, Junge! Hallo, wir brauchen einen Reifen! Ich bin nicht einfach drei Äpfel auf der Straße! Ich kann nicht mit drei Reifen fahren, Leute! Wie der Gigant hinten drin sitzt da mit dem TÜV! Ihr gebt Gas! Ja, uns fehlt ein Reifen! Der kann doch nicht bremsen, Junge! Der kann doch nicht bremsen, Junge! Scheiße, Alter! Warte, ich mach rückwärts krank! So, jetzt! Ey, was ist jetzt los? Das ist gar nicht gut, Alter! Jetzt, mach den vierten Reifen dran! Sag mal ruhig, alles! Sag mal ruhig! Warte, jetzt! Junge, wo ist Helene Fischer, Alter? Mach doch mal mit dir die Musik aus! Boah, ich riss ja gar nicht aus, was da! Gigant, mach mal die Disco aus! Ey, sag mal ruhig jetzt alle! Disco! Ey, Leute! Der gräupt da! Der vierte Reifen quält! Ich kann nicht bremsen! Wo ist der vierte Reifen? Ist da keiner mehr im Koffer rauf? Oh mein Gott! Wir brauchen den vielen Reifen! Ach du Scheiße! Ey, warum fahren wir jetzt rückwärts? Ich versuche das Ding zu stoppen! Motor aus! War ein Motor aus! Ja, war ein Motor aus! Aber dann rollen wir! Wir brauchen den vielen Reifen! Ja, steig aus! Nein! Gehen wir gerade auf Eis oder was? Das ist ein bisschen nütz! Seifel ist aus der vierte Reifen! Ich kann mich nicht mehr drehen! Hä, Leute, warum bin ich hier ausgestiegen? Kann mich nicht mehr drehen? Ich halte ihn jetzt auf! Geh weg, Alter! Geh weg, Alter! Oh mein Gott! Wer wurde gerade überfahren? Oh mein Gott! Hä? Wer wurde denn gerade überfahren? Das war ich, Alter! Krass! Oh mein Gott! Du bist tot, ne? Ich bin tot, Alter! Junge, das sind schon mal die Community-Runden hier, Alter! Na egal, war das hier nicht! Dennis, lenkt doch mal gegen den scheiß Laterno oder so, dass sie endlich stehen bleiben, Alter! Der rollt da noch runter! Bleibt doch mal stehen! Junge, der raster in den Karten! Da kommt er mit dem Reifen hier! Hier ist der! Ey, weh! Weh, einer klaut meine Sachen! Der Bus ist schon runtergerollt! Ich weiß genau, was ich hatte, Leute! Ja, jetzt zieh mir das kurz ab! Boah! Hey, warum? Hallo! Ne, damit, damit ich das für dich sammle. Das ist Sparta, Alter! Das ist Sparta, Junge! Danke, danke! Da muss ich halt wieder dabei sein! Ganz langsam so, mit zwei Kameras fährt er denn einfach hin! Ey, Gigant, die sollen mal den Busreifen bringen jetzt, komm! Wir müssen Curry abholen! Ich bin mal den Busreifen, Alter, wohin? Oh mein Gott, Alter! Irgendeiner hat den Reifen! Gigant, wo ist der Reifen denn jetzt? Hier ist einer mit dem Reifen, hier ist einer mit dem Reifen! Okay, der soll jetzt kommen! Easy peasy, ich bin gleich da! Wir holen Curry jetzt ab! Wir holen Curry jetzt ab! Wir holen Curry jetzt ab! Wir fahren die ganze Zeit über der Eisscholle, Alter! Ey, bringt doch einfach mal... Irgendwann mal den Reifen! Irgendwann mal den Reifen! Ich will einfach nur den Loot ab! Guck, wir sind da hinten stehen wie die Maden, weißt? Wie den Curry aus dem Alter! Ey, ist das euer Ernst gerade, Alter? Ich weiß genau, was ich hab! Dann machen wir den scheiß Reifen dran! Ich hab nur ne Bandage genommen, okay? Oh, ruhig jetzt! Alter, Leute! Boah, ist das schlimm hier! Machen wir den Reifen bitte dran! Den Reifen bitte dran! Den Reifen bitte dran! Oh, danke, Mann! Endlich! Alter! Alter! You shall not pass! Alle einsteigen! Wir holen jetzt den Curry ab! Darf ich den Apfel kaufen? Alle einsteigen! Der Curry hat alles, Alter! Der hat den Neben weggelootet gemacht! Bleib'n Server aufm Rücken! Alles einsteigen! Cyphys! Cyphys tut mal Doppel-Alt! Ja, leider nicht alles mitnehmen! Das hab ich schon gemacht! Das geht aber nicht, ey! Doppel-Alt! Einmal Doppel-Alt! Dann lock dich mal aus und ein! Ich bin gleich wieder da! Ja, ich bin dann aber gleich eh raus, deswegen! Alles einsteigen! Junge, der fährt doch nicht, oder? Ich fahr doch noch gar nicht! Habt ihr den Reifen jetzt? Es steht einer hinter Bus! Wir haben den Reifen, ja! Ey, wenn ihr jetzt wieder einen Reifen klaut, krass sie aus! Ja, fahr erstmal zurück, bitte! Jawoll, Mann! Endlich! Wie hast du eigentlich Schlafen überfahren eben? Ey, das war der Bus! Der ist einfach vorgerutscht! Jawoll! Ich hab gesagt, ich halte ihn auf! Soll ich hol das Curry ab! Du musst die Hauptstraße runter zur Küste und dann musst du nach rechts! Tobi hat kein Ticket! Alter, der steht auf dem Bus! Der steht auf dem Bus! Der steht auf dem Bus! Jan, hast du meine beiden Waffen? Nee, leider nicht! Ich hab ja selber eine! Ich hatte ne Sporta, 22 mit Visier und die andere halt hier! Ja, das Visier hätten wir mitnehmen können, glaube ich! Ja, ich hatte auch ne Sporta, aber ich konnte das nicht sagen! Äh, wir können ja gleich... Road, Coca, eigentlich hatten wir das ja vor, aber das kommt noch! Sorry! Ich weiß, ihr wolltet... Ihr habt euch gewusst, dass es ernster wird und so, verstehe ich auch! Warum ein bisschen mitnehmen? Aber... Alter, der Bus ist die Hölle, alter! Der kann nicht mal richtig fahren! Öh, nee! Ich glaube, der Bus ist schon schneller! Da steht einfach so einer in der Stadt und guckt sich das halt an! Schwarz mal raus! Ja, jetzt gebe ich Gas, Tobi! Jetzt komm ich! Ich bin jetzt schon an der... An der Fabrik, gegen an der Waspen auch, ne? Ja, cool! Ja, aber Dennis, bitte jetzt Fahrschwell, aber mach langsam! Hä? Fahrschwell, mach langsam? Ja, wieso? Fahrschwell, aber den Bus! Toto, bist du bei uns auch im Bus? Toto ist froh, ey! Der hat keinen Bock mehr, ey! Der ist einfach verdammt! Wir haben den Toto dann einfach den Bus geklaut! Hahahaha! Da kommt irgendwas! Da kommt irgendwas! Der grüßt ab und sie klauen in den Bus! Hahahaha! Der sitzt dort in den oder nicht? Hahahaha! Der kommt hier an! Hahahaha! 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 Ich geh jetzt von New York, alter! Polnische Stadt, alter! Wat? Toto, bist du bei uns im Bus? Ja, natürlich! Ah! Toto geht doch nicht! Das ist auch nicht! Das leckt so hart rum, ne? Alter! Ja, 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 ja! Das ist schön, ey! Wie kommt, Curry? Wo bist du? Einfach an die Hauptstraße runterfahren! Rechts, Flanken! Ich fahre gerade links damit! Ja, das ist gut! Ich seh es jetzt ganz krach gut! Also Hauptstraße unten an der Küste, ey! Der wird an der Küste! Wir fahren halt so das was halt rechts! Ne, du musst ja andersrum fahren! Ja, du musst erst mal da hinkommen! Alter, weißt du wie das gut klingt? Aber richtig! Ich glaub dir das, ey! Ich glaub das, ey! Oh, ich hab einen FPS gerade! Halt durch! Halt durch, ey, Walter! Da vorne ist es so ein Bahnübergang! Wir fahren mal rüber! Oh, oh! Oh, Mann, ey! Oh, hab ich gelacht, ey! Alter, die Performance! Was ist denn die Spiele los, ey! Warte, ich fahr mal ab, ich bleib mal ganz so stehen! Dann wird halt einmal kurz nachledet hier! Spielt ja auch in Polen! Ja, genau! Das ist klar, Leute! Der spielt halt echt in Polen! Nein, Mann! Na klar! Da steht ja einer! Du willst gleich mitfahren! Oh, ne! Der will ja Reifen klauen! Ihr dürft keinem vertrauen, Leute! Ich hab vor, wie du so voll ernsthaft spielst! Da kommt so ein Trödeltrupp, Alter! Echt so ein Trödeltrupp, Alter! Boah! Jetzt kommt mal Curry! Schickrüm, Alter! Schickrüm, Alter! Genau, Mann! Schickrüm, Alter! Schickrüm, Alter! Fässer, richtig? Ja! Also Wasser muss rechts sein, ne? Ne, links von euch, ne? Ja, süssich! Nicht das? Ja! Okay, wenn du mich jetzt umfährst, hasse ich nicht! Oder irgendwo, Alter! Schickrüm, Alter! Ja! Oh Mann! Ich kann verbrechen werden! Lauf aber nicht nur die Straße, Curry, ne? Der Bus hat einen weiten Bremsweg! Alter, der Höchstgang ist 4! Ja! Ich kann ja auch! 60 Kilometer schnell! Und ich gucke eben nur nach vorne und sie so gerne umfällt, weißt? Ich wollte ihn bremsen, Mann! Ich hab' gesagt, mit meiner Waffe könnte ich ihn aufhalten, aber nee! Captain America! Hä? Captain America! Du könntest den Benzin sehen, Leute! Alter! Oh, ist voll, Mann! Nee, Scheiß, ist leer! Oh, nee, jetzt mach' kein Scheiß! Oh mein Gott! Dennis, du musst da jetzt ein bisschen lang gemacht haben! Was aktiviert, sondern das Auto dann über den... Äh... Ähm... Ja, man hat halt... Da macht's Dank, ja! Ich hab' alles gut! Voll am Arika! Wer ist das? Wer ist das? Einfach weiterfahren! Wo ist der? Ich bin da nicht! Oder wo seid ihr? Komm, wie lange ich bremsen muss? Guck dir das mal an! Ey, jetzt musst du dich extra unterschalten! Ich bin da, das ist ja schon mal für den ICE-Trennchen gesehen! Also hier mal mitkommen! Hier kommt doch jetzt Beresido, oder ist doch Beresido jetzt hier? Hm... Hallo, steig ein! Voll freundlich! Steig ein da! Komm rein! Ich auch, komm mal morgen für den... Rein da! Schreib doch mal steig ein, oder? Steig doch in den Bus ein! Steig doch in den Bus! Steig doch ein! Mach' ein spannender, Alter ey! Lassen wir hier! Ja, dann fahr' mal schön! Wer macht der? Wer macht denn jetzt? Da hin, Dennis! Was? Der hat sich jetzt da reingerannt? Ja, fahr' mal! Hast du den überfahren? Na, der ist in den Bus reingerannt! Ja, ja! Zum Glück bin ich nicht hier fahr' Ich geh' mal nach rechts in dieser Leiter! Ich geh' nicht keiler Busfahrer, Alter! Der hat Bock auf den Montag, Juhu! Ich seh' so, wie Dennis vorne ist der Lenkrad! Ich seh' euch! Ich seh' euch! Ihr kommt! Ah, da bist du! Ja, Dennis, bin ich denn schon mal! Ja, ich bring' auch Seite Curry! Die eine Seite Curry! Der Bus hat echt'n scheiß Bremsweg! Das hab' ich ja eben auch schon gesagt, deswegen ist einer aufgeschoben! Ja, da steht einfach einer! Wolli oben! Ey, wer ist das denn hier? Deine Stückefinger? Wir fahr' den Mann! Nein, das bin ich, Junge! Ja, auf! Komm rein! Er bleibt stehen! Kannst du mir sagen, ich versuche! Ich versuche, ich bremse' es! Aber der bremst nicht! Ich war's jetzt! Ich war's jetzt auch! Oh! Da steigt einmal an! Nein, Schwarzware! Schwarzware raus hier! Ticket, bitte! Und war das mit meiner Leiche? Ja, ich fahr' es nicht noch mal da hoch! Ey! Was hast du? Ja, aber ich brauch' doch Loot, man! Ja, wir fahren jetzt erst mal! Ey, wir können... Alter, was das... Ja, toll! Mein... Mein Ball ist jetzt gebrochen, Alter! Geil! Ja, aber du bist... Warum steigst du denn noch mal aus? Warte, ich hab' ein Profil! Ich hab' ein Profil, glaub' ich! Erstmal, wir können... Dann lass' mich da hochgehen! Dann geh' ich halt... Äh! Wir gehen ja zusammen mit... Und da wird schon was Besseres... Ich hab' da'n Rucksack drüber! Dann kannst du wieder gehen! Wow! Geil! Okay, dann behalte ich ihn jetzt! Ah! Wer ist gerade der Bussballer? Richtig geil, Alter! Wer ist wohl der Bussballer? Dennis! Ja! Oh, jetzt kannst du mal auf die Bremse drücken! Nee, ich bin jetzt grad' auf 54 Meter! Ja, jetzt lass' ihn jetzt! Wir fahren jetzt erst mal ein bisschen! Wir fahren jetzt erst mal ein bisschen! Oh! Bei mir ist das Reifen konstant so... ...mach ließ den Link irgendwie! Tritt das Metall durch! Bis zum Hubenglech! Junge! Geh' dich mal nach hinten, guck' ich! Ey, wenn du schnell fährst, kommen so Wind-Sounds! Geh' dich mal nach hinten! Alter, steh' ihn mich auf der Straße! Wir können nicht anhalten! Wir können nicht bremsen! Wir fahren für kurisch, wenn die... Ja, nee, das sind die Zombies! Nee, das sind die Zombies! Ja, aber da musst du ja auch ein Typ... Ernsthaft? Über Fah'n die mal! Nein, nicht machen! Nein, da ist noch ein Typ! Da ist noch vorne 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 ein Typ! Da ist hinten einer! Hallo! Hey, hallo! Hallo! Schönen Tag noch! Warte, da Mutterhennig spricht der Busfahrer! Nächster, der Elektro! Ausstieg rechts! Ey, bei mir sitzt der halt in der Luft, Alter! Du gehst gar nicht in der Luft! Hä? Ich bin sehr fährten da, Ritian! Die nächste Haltestelle, Elektro! Ausstieg und fahrt Richtung links! Ah, wegen links sind gar keiner zu hören! Das sind alle! Ich würde bremsen, ne? Aber ich sag nur mal! Fahr'n wir nicht! Okay! Du weißt schon, dass da jetzt eine Barrikade ist! Junge, was ist das denn? Wo war das im Griff? Krasse Barrikade, ne? Wo war das im Griff? Alter! Wow, guck mal wie er trifft mich! Na, wow! Der Toton, Alter! Der ist in echtem Film dritt, Alter! Der Toton, Alter! Du schickst das ans Lebens, Alter! Oh mein Gott, Alter! Was ist das denn? Nein! Boah, ich hab'n Kackstifftchen in der Hose! Boah! Das ist das mit dem Film, Alter! Der Toton, Alter! Wichtige Ausgangewinne, Alter! Vor allem bist du da auf mein Fisteturber! Das war mit Fußgänger! Voll Serious Gameplay, Alter! Vor allem mit'n kaputten Fußgänger um alles zu sehen! Wie vorhin noch jemand geschrieben hat, Roleplay ist erfüllt! Nein! Das ist aber halt, das gibt's ja mal mit Regeln, Alter! Wir haben ja nicht gegen die Regeln verschlossen! Das hat ja keiner gesagt, dass man nicht mit dem Bus fahren darf! Ja! Gott, morgen! Du rastet mal ne Leif! Alter! Alter! Warte mal! Achso! Da vorne rennt auch jemand! Oh mein Gott! Alter, da rennt! Da rennt! Hey, Alter! Was mach'n! Tschüss! Aber hier ist doch nicht! Die Bushalt ist der Löw! Hier ist der Kornhänger! Ja, hier! Hier können wir stehen bleiben! Ja, brems' mal! Ja, warte! Da und 15 Minuten! Hier muss rechts reinfahren! Äh? Hier ist doch die Bushaltstelle! Oh, du hast das aber gut! Der wird von uns in Daumen, ne? Der soll da einsteigen! Ja! 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 Genau in der Bushaltestelle! Sehr schön! Warte mal! Ich muss mal grad gucken, ob es blutet, Alter! Hey! Schlag ein! Ah, ich hab... Ne, ich hab nur... Der Zombie kommt jetzt mal durch! Der blutet, Alter! Hey! Der Zombie! Junge, das ist... Dean Hall, Alter! Dean Hall ist am Bus! Junge, der rennt mit, Alter! Der ist... Wichtiges... Wichtiges Partygirl, Alter! Guck mal hoch! Guck mal hoch! Guck mal, Alter! Guck mal, Alter! Der Spoiler ist ein Zombie, Alter! Oh Gott! Guck mal, alles gut, ey! Natürlich! Ich... Doch,schön, ey! Ein hoch hoch! accompanist! W cic transformierer ist eigentlich ein neue Bus! Ja, ja, glaub ich... Jaja... Ich steu den Bus direkt in die Wand, Alter, neuer Augen, guck auf die Straße, ich kann nicht mehr langerlaufen, ich kann nicht mehr langerlaufen, ich kann nicht mehr langerlaufen, Alter, hör doch auf, ich gespipi in den Augen, ey, wir haben vollen Tanke, Leute, wir können über die ganze Map fahren, wo ist denn da? Ich dachte, der Tank ist leer, ne, ich sehe, das ist die erste Stelle, weißt du noch, wie der Typ angewandt war, ja, 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 ich weiß nicht, wir waren hier, soll ich weiter fahren, wir machen jetzt mal hier, falls echt mal die Militär, ja, wie muss ich denn jetzt fahren, wir fahren einfach mal durch bis Nord-West-Herm, ja, das ist echt so, ja, wir haben vollen Tank, Leute, alle, wir können voll durchfahren, Mann, wir sind jetzt in der Elektro, ne, wir sind ja nicht in der Elektro, ne, wir sind ja nicht in der Elektro, ne, wir sind ja nicht in der Elektro, ne, erst kommt Kamishobo, Junge, Leute, man muss ja rechts fahren, sag mal. Nein, ich bin ein Bietro, ne, ich bin ein Bietro. Nein, ich bin ein Bussmann, wir sind an der Kölibsee. Was, ich habe eine Flasche bei? Wie fiss die mit Buss? Ich dachte, ich kann mir die Flasche rüberreichen. Leute, wie komme ich jetzt zum? Loll, da lehrt jemand tot. Curry, du aber nicht, oder? Hä, nee. Ich habe euch schon drüber, warum es einmal gewackelt hat, wo ich da lang gefahren bin. Wie komme ich denn jetzt zum Nord-West-Herm. muss es nicht so ist vielleicht überhaupt fahren die erste straße die schiffte gefahren wir schneller leute weiß ich glaube ich kann mich nicht festhalten als 60 karmale wir haben keine türen junge mal guck mal, wie wir dampfen, guckt man da hinten in der Ego-Perspektive. Jetzt sitzt man halt einfach hinten, man. Jungs, ihr wisst ja, dass die neue PvP-Zone erst am 17.01. ist, ne? Ja, ja, ja. Okay. Also, auf uns ist jetzt jemand hier angreifend im Bus. Mein Leck hört's. Was hört es denn? Ah, ich weiß nicht mehr. Und der, der geblutet hat, ja, ja. Nee, der war ja tot, der ist unmächtig gewesen dann. Bist du, das ist einfach ausgefallen? Ja, aber, oder? Oh mein Gott, ey. Sag mal, Toto, wo hast du das Ding eigentlich her? Das hab ich gefunden. Warte, da steht einer hier, steht einer. Oh, hallo. Hallo. Oh, der rennt den Bus hinterher. Und was ich finde, darf ich behalten. Ja, das stimmt. Da kommt einer. Wie bangst du denn so schnell? Steig ein, Jungs, steig ein. Komm. Steig ein. Steig ein. Party Bus. Wir fahren jetzt so ein Puff nach Barcelona. Ey, die alte Stelle ist da hinten, du. Ey, was ist denn so los? Der steigt doch ein. Wird der uns nicht, oder was? Steig ein. Ja, fahr doch, ne? Ja, steig ein. Hä? Ja, musst du während der Fahrt, komm jetzt. Das ist ein Actionfilm. Das ist ein Actionfilm. Heavy Gifrein. Guck mal, wie immer vorne tästet. Der sieht einfach aus wie Philipp. Mit der einsteigt, nein, steigt da vorne ein. Du musst einfach aus vorne einsteigen. Der sieht einfach aus wie Philipp Lahm, ne? Du musst vorne an den Wind steigen. Ich steig ein, Philipp Lahm. Hör auf, Curry, der überrollt ihn. Ich kann nicht brems. Warte, warte. Guck mal, wie der sich aufreckt. Es geht nicht. Ja, mach einfach so lange, warte, bis er gleich überfahren wird. Dann können wir weiterfahren. Ja, wow. Hallo, haben Sie ein Ticket? Fünf Äpfel, dann nehme ich sie mit. Bin drin. Ja, 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 ja. Einmal fünf Äpfel, sonst hält der Pass nicht weiter. Kannst du den Motor auch wieder anmachen, ne? Oh mein Gott, ey. Ja, genau, das ist wie bei Speed, Alter. Hä, was jetzt? Scheiße, warte, ich komm wieder. Der Bus war alles gut ausgesteckt. Wie bei der frische Luft schnappen, ne? Meine Damen und Herren, äh, meine Damen und Herren, nächste halte Stelle. Ich hab mich schon mal, Alter. Fünf Zombies warten auf Sie. Ich hab mich schon mal. Ich hab mich schon mal. Ja, du kannst kurz hier Pipi machen, ey. Warte, ich halte gleich. Kann nicht mehr, ey. Ich bin fertig. Was ist hier los, Alter? Nur 30.000 Leute gucken uns zu, wie wenn wir bloß durch der Sie fahren, Alter. Geil. Ich brauche da nicht unbedingt mal zu essen, Alter. Sonst sterbe ich. Ich bin schon am Starken. Ich hab hier was dabei gehören. Kann ich nachholen, Alter. Weil ich halte Zeit bis. Da ist auch jemand. Oder ist das ein Zombie? Ist das ein Zombie? Aber fahr den mal. Die Drecksau. Oh mein Gott. Ey, klappt das, ne? Was ist das, was ist das denn? Fährst einfach durch, Alter. Was ist das denn? Die Rock'n'Roll ist unsterblich. Guck mal, das sieht mir immer aus. In der Busfahrer bist du morgens die Schulkinder. Alle verpassen den Bus. Guck mal, nein. Warte. Jungs, gehen wir gleich angeln? Nein, 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 nein. Ja, was ist das? Nein, 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 nein. Guck mal, nein, 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 nein. Eine angehängt, sondern mit zehn Leuten angegeben. Oder was? Ja, jeder darf sie mal halten. Die Zombie sind auch noch hinter uns her? Wir fahren da jetzt in der Brustelfe. Wie kann man da auch holen? Ja, da kann Waffen angeln. Ah, okay. Die haben am Musikamt. Guck mal, hier kommt die Polizei. Hey, hat der Ballermann 6 laufen? Wenn wir sehen, dass die Amigos sind. Ja, die Amigos. Ja, mal der Schlagerbus, Alter. Haltestelle, okay, Musik aus. Musik aus. Musik aus. Musik aus. Musik aus. Meine Damen und Herren, nächste Haltestelle. Elektro. Moment, ich muss den Puls querstellen, damit wir stehen bleiben. Ich muss den Puls klärt. Jungs, habt ihr genug zu essen? Oh Gott, ich rolle rückwärts, Alter. Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, was passiert dir? Weg, da geht doch weg, sein Bus. Ich kann mich nicht drehen, immer noch nicht. Aber jetzt. Curry, wo bist du? Weg von dem Bus. Ich habe ein schwarzes T-Shirt. Komm her, komm hinterm Bus. Ich kann nicht mehr, ey. So, alle mal pipi machen, es geht gleich weiter. Ich brauche eigentlich auch eine Schiene, ey, aber... Ich kann dir Muffin geben, glaube ich. Oh, ist das geil. Nein, nein, ich mach dich kurz in die Schiene, warte. Curry, du hast nichts zum Verteidigen dabei, ne? Ja, ich weiß. Da liegt ja alles noch in meiner alten Leiche. Ich leg dir was dahin. Geil, ne Angel, Alter, nice. Ja, die musst du ausführen. Hat jemand ne Axt von euch, Leute? Hat jemand ne Axt? Mach die mal auf, Curry, die Angel. Ja, mach ich gleich, mach ich gleich. Ey, wisst schon, dass es hier die PVP-Zone ist, ne? Weil wir schon halb ein Elektro drin hängen jetzt gerade. Ja, aber da musst du dann eben mal essen, äh, die Gang. Geht nicht anders, leider. Mach's gut, Seifes. Alles klar. Ja, Seifes, ne? Dann ne. Haut rein, viel Spaß noch, ne? Tschaui. Ja, tschaui. Tschau. Meine Damen und Herren, der Bus fährt gleich weiter. Hä, wo seid, wo sind? Nein! Aber ich bin noch nicht fertig mit meinem Pipi. Hä? Hallo. Alle einsteigen, da wurde geschossen. Nein. Die Fahrt geht weiter. Hast du hast die Schienen jetzt gemacht, Gigant? Nee, ich suche hier nach Esten. Wer ist das denn, Alter? Wer kommt denn jetzt da an? Einsteig bitte. Waren wir vorher noch nicht da? Hä? Nicht? So. Waren wir noch nicht da? Der ganze Seifes ist beim Ausloggen getötet. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Na halt, dann hat der mal den roten Rucksack gehabt. Lol. Seif, äh, Gigant hast du nicht eigentlich gemacht jetzt, oder? Hä? Bist du so? Nein. Ey, du hast dich jetzt grad nicht umgeschossen, Alter. Nö, könnte keiner bei mir auch mit, äh... Nö. 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 Festhalten. Mein Bein. Oh mein Gott, Schienen. Alkoscheiße, Alter. Jetzt so, brrrr, alles weg. Ich schwör dir, einer will ich das Spiel nie wieder spielen. Oh mein Gott. Oh nein! Nein! Der Toto, der ist schönsten Teil des Lebens, Alter. Ihr müsst gleich die erste Möglichkeit rechts. Die erste. Langbar, die. Langbar, die. Langbar, die. Du musst gleich ne echt scharfe Tore machen, ne? Der ist nicht durch. Das Frikki hier, Alter. Die Frikki. Ja, pass auf, wenn der gleich da durchfahren will. Frikki? Ja, Frikki. Kennst du das nicht? Doch, 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 doch. So, hier muss jetzt rechts rein. Hier? Ja. Oh Gott. Okay, warte. Komm, Busfahrer, dann haben wir raus, Alter. Ab Busfahrer. Nein, nur rüber, nur 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 Busfahrer, ey. Sorry, jetzt rüber. Nein. Ich bin ja der Hüpfste, ey. Der steht einfach oben auf dem Bus, Alter. Das ist so traurig, ey. Das ist so traurig, Alter. Das ist so traurig. 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 Du musst halt gucken, dass du nicht stirbst, ne? Ich habe nicht mein ganz gebrochenes Bein. Alter. Ich habe halt nur so eine Angst. Was verdient denn da vorne aus? Alter. Neu. Ja, nimm dich das als Rampe jetzt. Das ist hier kein Gedan. Ich habe das eigentlich schon über die Falle, ey. Wäre das gegangen? Nein. Ja, das stimmt. Das klingt. Geht ja auch lange, ey. Guck mal, die Zombies. Guck mal, der eine Zombie. Der hat einen Windows 2000. Das liegt jetzt mal so. Ne, man hat nur vier Gänge, Leute. Ich schalte doch. Passiert nix. Boah, Alter. Jetzt gehts los, Alter. Jetzt sind wir am Stadion. Guck mal. Was? Ja, Schachtkurve sitzt tot. Oh mein Gott. Alles im Griff, Leute. Ja, alles im Griff. Wir sind jetzt schon in den Garten. Wer einfach der Straße folgen. Boah, wie wir glaube ich hier hochkomme. Ich glaube, ich muss hier immer stiller. Wenn eine erste Abgabelung nach rechts kommt hinter der Stadt, jetzt musst du dann rechts abgehen. Ja. Ja. Sag doch mal frühzeitig beschallen. Du musst jetzt gleich auftauchen. Äh, Dennis. Alter, lol. Guck mal. Verkehrsschild. Oh, Alter. Spätestens jetzt warst du schon mal irgendwas. Du hast den Reifen geschrottet. Ja, Dennis, Alter. Das ist echt unglaublich, ne? Ich hab da nur drauf gewartet. Junge, du... Alter, beide Reifen vorne sind Schrott. Egal, Einstein. Ey, ich rette euch. Ich hab ne Angel, Leute. Ich hab ne Angel. Ey, ich kann fahren. Alter, Dennis! Willst du mich verarschen? Dennis, das ist dein Ernst. Du willst mich gerade verarschen, oder? Du willst mich gerade... Du hast mich gerade nicht... Du hast gerade nicht wie der Curry umgefahren, ne? Alter, ist das dein Ernst? Ich hab die nicht gesehen. Junge, ich hatte nur 20 Meter Angel in der Hand, Alter. Ich hab die nicht gesehen. Ey, geh da loote dich erst mal. Nee, schon nicht. Ja, mach wieder da looten, ne Angel, oder? Ja. Ey, es reicht denn, es ist Handlo. Oh, nee, ey. Merk doch jetzt aus, Mann, du achte. Was ist denn los mit dir? Hier, Alter. So, was willst du jetzt machen ohne Reifen? Ey, der fährt ohne Reifen weiter. Ich schwöre, schieß ihn jetzt. Guck mal, ey! Nein! 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 Der fährt. Der fangt uns sein Leben. Äh? Meisterpropper 0815, Alter. Äh? Warum bin ich jetzt hier? Junge, ich spawne und drehe nur in meinen Magen, oder was für ein Scheißspiel, ey. Mann, 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 ey. Wer fährt denn in den Buster, Alter. Das ist unfassbar. Oh, mein Gott, ey. Ja, ich bin komplett weit weg hier, also... Keine Armee, Sport hier. Können wir vergessen, glaub ich. Warte mal, ist das... Hä? Was geht denn bei dir hier ab, Alter? Keine Ahnung, was der sich da grad reinzieht. Was ist denn? Glücklich, alles gut. Äh, hat einer Streichhölz dabei von euch. Ey, was willst du denn jetzt damit? Die wollten alle leben. Die hatten... Ach, Mann, Leute. Die Brustanzünden. Hä? Sind das immer so schade. Warum? Alter, seid ihr... Alter, seid ihr... Nein, ich meine, warum seid ihr... Magic Mikelub, oder warum seid ihr hier so... Das... Das ist ein neuer Spawned. So. Verschwindet der da, oder was? Die so'n Schilder hier. Ja, der macht nur riesen Bums, ne? Du bist der Karsdecken-Echaniker, das ist der tolle Busfahrer... Ich bin Kamishobo, also ich bin viel zu weit weg, Leute. Also... Hat jemand ein Feuerzeug dabei, oder ein Scheißschützer? Das... Das ist nicht mehr Kamishobo, glaub' ich. Jo, du Otto, da ist doch ein Ersatzreifen im Bus. Wir haben angefangen mit Waffen, dann waren wir beim Bus, und jetzt brauchen wir Streichhölzer. Streichhölzer im Bus. Mach was. Dann haut ihr mal dran, Kfz-Mechaniker hier. Du Otto. Dann hau mal den Bus, Shark. Dann füllen wir den, der zündet den Bus an, Leute. Was ist schon los, das ist doch kein... Ey, die machen richtig den Bolsch, Leute, ne? Aber hat der doch grad gesagt, wir müssen das machen, wenn die kaputt sind? Aber der wird doch nicht dann direkt ein neuer neben uns. Nein, aber der wird so was. Ich bitte, ich mal. Dein Ding. Ich würde schon was gerne, ey. Warte, hat jemand ne Axt? Ey, dann gehe ich jetzt hier, ich mach jetzt eigenes. Schön, ey. Machen wir mal eine Suche, oder wir sind nicht raus. Hat jemand nagt für mich? Nee, Radcoker, ich nehm das nicht auf. Ich streame das oder gar nicht. Was ist jetzt mit dem Bus los? Was hast du immer mit deinem Otto, Alter? Ja, mein Kollege heißt Otto, aber... Was macht der mit dem Bus? Kevin, Alter, machen wir dein Radio aus. Was machen wir jetzt mit dem Bus hier? Ich kann es wirklich positiv sehen, meine Verletzungen sind weg. Also so ganz weit weg bin ich nicht, aber... Ich glaub einfach mal, mal gucken. Leute, normal ist der Sieg, kommt doch wieder. Es war noch einmal nur ein bisschen Spaß, Alter, ey. Kannst du ja auch einkriegen, sorry. Wie gern, wo bist du eigentlich? Ich bin weg. Ja, wo bist du denn hingegangen? In die Stadt rein, ich blut jetzt ein bisschen mehr. Rektor, oder was? Ich hab grad Busreifen gefunden. Ich hab einen Busreifen gefunden, soll ich den mitbringen? Ja. Also ich fang jetzt hier richtig an. Also ich hab ohne Scheiß wirklich einen Busreifen gefunden. Ja, aber dann kannst du nicht hier hin tragen. Also... Doch mach ich jetzt gerade. Ich hab den in der Hand. Also wer kommt jetzt von euch mit hier? Ich komm jetzt in die Stadt wieder. Du renst jetzt wieder zurück. Ja. Ja. Aber schon, dass aber genau die entgegen gesetzt haben wir. Ja, Elektro renn ich jetzt rein. Ja, dann warte doch kurz mal an der Straße da. Oder bist du schon weg? Ja. Nee, ich bin jetzt hier unten an der, an der, äh... Kurve da. Die liegt noch. Ja, dann warte kurz. Oh, Mann, nee. Ich hab echt nur darauf gewartet, bis du irgendwo reinfällst. Ja, aber die Straßen sind aber auch verbarrikadiert, Alter. Was ist da los? Vor allem, das coole ist ja, wir sind ja nicht mal in eine Barrikade reingefallen, sondern einfach in den Straßenschild. Ja. Ja, ja. Ja, bist du das, Dennis? Wieso sind die Zombies vorbei? Ich stehe. Ja, komm. Ja, das wäre halt echt eine geile Möglichkeit gewesen, jetzt schneller zum Airfield zu kommen. Aber... Also einen Reifen bringe ich mit, dann haben wir die einfach mal wieder. Mit zu vielen Leuten ist es halt einfach chaotisch. Ja, klar. Leg den weg, weil die versenken den Bus gerade im Wasser. Was? Ja, ja, lass scheiß mal auf den Bus hier jetzt. Das ist echt einfach zu fucking chaotisch mit so vielen Leuten, wenn du normales Desi spielen willst. Geht einfach nicht. Das ist so richtig. Wer bist du denn Curry? Ich bin ja gerade die Straße entlang. Ich glaube vielleicht bei Kamishiovo oder so. Lauf mal nach Elektro, wenn du kannst. Ja, ja, bin ich auf dem Weg. Okay. Ah, schön ey. Dann Curry, wenn du am Verhungern bist, dann such halt zwischenzeitlich nach einem Apfelbaum, damit du nicht verhegst auf dem Weg. Ja. Voll gut. Und ich würde sagen, danach, wenn ihr noch Bock habt, so, oder Zeit und müde seid, dann will ich halt jetzt schon mal wieder, also jetzt schon Richtung Military rennen. Ah, richtig jetzt. Weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt in Kamishiovo. Keine Ahnung, streamen wir schon wieder Desi zwei Stunden. Kann sein, dass es gleich brenn geht. Mhm. Aber ich wollte Mittwoch weiter streamen. Ja, nice. Ich glaube, das wird alles online gestellt, ja. Genau, Leute. Der nächste Stream ist dann am Mittwoch. Ja. GTA und Desi. So, wir sind jetzt in Elektro, aber warte mal, du Kamishiovo bist, ne? Meiner, nein. Ich bin ganz nah, ich bin die Stadt voll Elektro. Da sind wir gerade auch durchgefahren. Ich weiß das. Kamishiovo. Ach so, okay. Es ist Kamishiovo, das ist diese Stadt. Ja, okay, gut. Na dann. So geht's ja. Nachgummibär. Nachgummas. Boah, das ist ja unklar in der Stadt, ey. Dass die das nicht gefixt haben, ne? Ach, früher war das viel schlimmer. Hast du was zu essen? Oder hast du alles? Äpfel hab ich, ich hab Äpfel. Lass mal hier ein bisschen looten. So. Aber dann lass mal gleich, ähm. Du siehst ja hier diesen Park, sag ich mal, dass wir dann in diesem Zelt da treffen. In welchem Zelt? Siehst du gleich, wenn du da in die Mitte guckst. Ah, ja, 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 ja. Ungefähr weiß, dass wir dann so einen Punkt haben, wo wir uns treffen und dass der Curry wieder da ist. Ähm. Mal Morphium. Mal Morphium. Auf ihm. Ich weiß. Wenn du jetzt beim Gigant reingeguckt hast und sagst ja, was ist da ein Bipod? Hä? Was? Äh. Achso. Ich hab einen Schalldämpfer gefunden, Mann. Okay. Pistole nur. Oh, diese Ruhe krass. Ja, ne? Jünger, das ist echt krass, ne? Das war grad, glaub ich, zwei Stunden lang. Hures. Ah, ich musste schon mega lachen, ey. Ja, war lustig. Hinter dir ist ein... Ah, ja, gut. Ich bringe übrigens die Schulkinder mit, die den Bus grad verpasst haben. Oh. Also Zombies. Oh. Hier ist ein Fass. Ja, das können wir halt mitnehmen. Ich hätte halt überlegt so, dass wir ähm... Weißt du, was ich bei der, was ich früher fand? Ja, ich fand, im Supermarkt hast du dann auch Loot gefunden und da ist ja lang Sachen in die Regalen und so und das ist ja vor lange nicht mehr so. Das ist hier genau eins zu eins das gleiche wie aus Arma. Dieser Schrank hier. Hat die früher alles viel besser gemacht. Ey, ist halt immer irgendwie alles leer gelootet, ne? Oder es ist halt einfach nur noch wenig Loot mittlerweile. Ja, gut. Ich mein, du gehst in den Supermarkt und liegt einfach nix. Ach, Leute, ey. Yeah, Elektro, Alter, geil. Das ist ja dann langes Spinkurri. Ich glaub jetzt dann nach, also nach Elektro rein dann. Boah, doch meine Angel, ey. Ja, geht die, geht die dann, oder wie? Ich hätte echt können, ja. Bin echt müde. Boah. Ich dachte jetzt noch hier, Military. Ja, genau. Weiß wie lange du da hinläufst gegangen. Ja, und? Das können wir doch am Mittwoch alles in Ruhe machen. Ja. Weil du musst doch zur Schule gegangen, du musst doch auch früh schlafen. Also was früher. Ich hab schon neun geschlafen. Ja und dann... Außerdem hab ich morgen, hab ich morgen die ersten beiden Sport frei. Hm. Hey, was ist denn? Hi. Hey, wir haben frei, Mann. Was wieso? Hey, lol. Sogar von nach links geschoben. Ich wär fast im Wasser gewesen. Ach ja. Ja. Wie viel Uhr müsst ihr denn morgen alle ausstehen, liebe Community? Schalt's doch mal den Chat. Also ich hab mir vorgenommen, ich stehe um 5 Uhr auf. Geile Idee. Wunderbar. Weißt du Dennis? Ja. Dann bring ich dem so einen Käsekuchen mit Mandarinen drauf, dann fall ich wieder nach Haus. Ja, dann gehen wir noch Steak essen. Ja, stimmt. Morgens um halb acht. Ja. Boah, die hängt da in der Bude, ey. Nebenan so ne Bäckerei, jeder bei der Bäckerei. Dennis, du kannst dir das mal so einstieg bitte. Danke für den Follow. Hey. Danke für den Follow. Hey, was ist denn jetzt? Oh, wer die Alter, wo ist ja eigentlich denn auch tot, ne? Ja, der ist ganz halt im Cast. Ja, der ist echt so. Der ist richtig am Start, man ist überall. Der ist komplett drin, grad in der Matthäle ist über die ganze Welt verteilt. Hey, bei mir ist ein Zombie und ich bin rausgetappt. Oh, nein. Hallo. 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 Jetzt sag mal ehrlich, hast du den Cypress vorhin gekillt gegangen, ey? Nein, wirklich nicht. Was war das dann für ein Schuss? Ich habe einfach so reingeschossen. Ja, genau. Kannst du doch nachgucken. Und auf einmal hast du den roten Rucksack jetzt, oder was? Oh, das war dein Ernst. Er macht gleich wieder RTL Werbeplattformen. RTL? Hey, war das eigentlich assiger RTL 2 oder normales RTL? Assiger. Gigant YouTube Channel. Ja, jetzt hast du für beides Werbung gemacht. Gigant, wo bist du? Hä? Hä? Wurde auch noch da. Toto, ey. Ja, wir sind grad in Elektro, Toto. Okay, tschüss. Ist noch da, Toto? Natürlich. Wow, was für ein Vogel. Hä? Hä? Ey, wir sind Zombies. Hilf mir, Dennis. Wow. Wow, look at the awesome gadget. One million troops. Hä? Kennst du russischen Hacker, Alter? Wow, look at the awesome gadget. Hey, was? Wow, look and then you can open that and wow. Awesome. Look at that awesome. Kitchen gadget. Look at this gadget. Ketchup sauce. Quick mass. Und ich hab wieder... Oh, ich finne. Oh, ich finne. Like six no cool. How many nicks like sauce? Ketchup sauce. Ha? Quick mass in school. Your dad is 44. Ha? Ha. Ha ha. Alter, bricht die Gigant noch um, ey. Ohne Witz. Ich bin Elektro jetzt hier an dem Marktplatz da. Quick mass. Oh. Ha, ha. Ha, ha. Man ist direkt getrickt so, weißt du? Getrickt so, weißt du? Getrickt. Ja, ha. Ha. Ha, ha. Ha, ha. Ach, ich bin wieder viel zu laut, ey. Ich kriege dich wieder. Karneval, als Gigant. Also einfach so als Missgestalt. Sieht einfach aus wie ein Klicker aus The Last of Us, das ist Gigant. Ein Klicker? Wo seid ihr, Leute? Wer ist das hier mit dem gelben Helm? Keine Ahnung. Hallo? Hey, Curry! Wer ist das? Ja, hi. Wo seid ihr? Hä, was ist das? Alter, hä? 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 Hä, was ist jetzt los? Alter, Gigant, Mann. Ah! Wir schießen was jetzt hier los. Was hast du gemacht? Der Weltkrieg bricht grad hier aus. Die Russen marschieren wieder ein, Alter. Ey. Ja, was ist hier los? Hier schießt jemand auf uns. Wo läuft das im Auenland? Alter, hier schießt jemand auf uns. Geh weg, denn es... Wo seid ihr? Der hat die Ruhe weg, Alter. Von wo kam das, Mann? Von, äh, vom Supermarkt aus, in Richtung Supermarkt. Oh, alles klar? Ja, alles gut. Hier bricht der Krieg aus. Pass auf, Mann. Jetzt ist das nicht gefährlich. Erstmal sollten wir besser in ein Haus gehen, oder? Wer bist du denn? Ja, wir müssen jetzt halt leider los, weißt du? Das ist das Problem. Und das ist hier eine PvP-Zone. Und du hast nichts, deswegen... Hä? Ich hab auch 100 Euro, wenn du den killst, Gigant. Ich dachte, die schießen auf Zombies. Auf uns wurde grad auch geschossen. Ne, Scherz. Terry, mach dir rum, wir haben noch nie... Ey, du Otto, mach dir jetzt mal auf dem Weg. Hä? Der hat immer Otto gesagt, beim Bus. Durch die mir, durch die mir. Allein zeig ich. Hau ab, ab. Seid ihr in der Nähe vom Supermarkt? Der wurde geschossen, was du da? Hau ab, nee, nee. Hau ab, hau ab, na los. Ich bin freundlich. Hier sollen überall Zombies, Mann. Curry, ich hab was für dich, komm mal her. Weiter, kommt ein Zombie-Grant, Alter. Hier, hier, Curry, hau den damit weg. Alter. Hä, mit dem Glas... Hä? Feuer löschen? Ja, es geht. Echt? Ja. Okay, Mann, ich hab alles, Mann. Ich bin echt glücklich gerade. Hab den, Mann. Der gute Gigant hat wohl zu einer an der gezündeten Granate gestanden. Hä? Hey, wer ist das denn? Wer kommt denn da jetzt an, Alter? Das ist Lucky Luke, Junge. Okay, hol den. Oh, ha, 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 ha. Du armen Feuerlisch auf die Fresse, Alter. Boah, komm... Boah, Alter, nice. Da kommt auch einer Gigant. Warte auf. Was ist das denn? Hallo? Nice, Mann, nice. Hä? Ach, das ist der Toto. Achso, Toto. Toto, wo kommen die Schüsse her, Mann? Ja, weiß ich doch nicht. Du, mal n weißes Fähnchenwedel. Guck mal hinter dir, Toto. Uuu! Boah, Alter, was n Killer. Was n Killer, Alter, jetzt kommen 20 Zombies. Pass auf. Okay, wer jetzt mitkommt, der kommt nicht, wenn nicht, denn was ist das eigentlich los hier? Kannst du mir jetzt vielleicht meinen Rucksack geben? Willst du deinen Rucksack haben? War meiner oder nicht? Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Wer ist das denn jetzt? Komm schon wieder einer. Komm, Alter, dein scheiß Rucksack, ey. Wir sind schon mit einem halber Armada hier, Alter, das ist... Ja, das sind echt zu... Ey, warte jetzt. Ich gucke, wie ihr hier hinterherredet. Warte, ich leg mich einfach aufm... Ja, hat gut geklappt mit aufm Boden legen, Alter. Müsst du ja mal mit dem Feuerlöscher erstmal wieder kommen. rawr? Hohohohoho. Ey, wo ist das da rein? Oh mein Gott, ich bluge. Aar, aarh. Jetzt nicht schießen, bitte nicht schießen. Hallo, kann mal jemand was gemacht? Ey, was kommt denn da? Da kommt ein Auto. Ey, was geht denn da? Da kommt ein auch. Guck mal, da füllen die Reifen. Hallo. Alter, oh mein Gott. Das ist BVP, ne? Hallo. What the fuck? Warte, was hier los? Hallo. Wir beschlagen an mir mit ihr Auto. hey was ja scherz wie viele sind was ist das für ein auto da fahr ich los was noch mehrere rein vier stück oder so lassen wir abhauen alle ohne witz zu viel ja kommen wir gehen weg wir gehen weg kommen auf die straße hoch ich habe ein feuerlöcher mann ich kann niemand auf weil ich jetzt mal jungs wollt ihr noch hier irgendwo hinrennen oder wollte jetzt einfach ich würde mich gerne ausschlagen aber geht ja gar nicht ich habe alles aber auch mal nicht helfen er wieder menschenfleisch gegessen ich weiß genau alter auf uns wird geschossen wirklich auch mal was sind die mit dem auto sind die mit dem auto ja die zombies man kann er auf mich schießt wieder zum bier mann auf dich schießen können sein neues zu schießen macht er hat ein alter guck mal guck mal hinter uns ist man alter das macht doch keinen spaß mehr ich brauche hilfe gegen los die kommen hier rein in das haus wo ich das heißen vergeschlagen habe ich brauche ich brauche ich brauche hilfe ich brauche hier draußen das haben wir vor fünf tagen beim gerrit gefunden und das sticht im programm hat wenn man müsste sowas wo du gegen die wand gefahren total ist das auto was du vor drei tagen auch gegen die wand gefahren ist guck mal das hat doch keine reifen oder ja warum liegt da so ein trecker reifen drin warum habe ich hier so eine weiße linie die ganze anboden grafikfehler also ich renne ich renne jetzt los richtung military kürri komm her ich will jetzt hier mal ja warte was ist denn jetzt hey warum bist du bekloppt ja ist schon ok man kann es mir beschrieben wieso kann ich die reifen nicht implantieren was danke toto weil das ein lkw reifen ist ja ja ich kenne das fahrzeug es waren schöne zeiten aber es sind echt zu viele hier also hast du dafür eigentlich munition toto ich hab ein reifen ich hab das auto verbrannt für die für die okay also ähm ist egal ich geh jetzt einfach schon mal los hast du damit die munition toto wenn du willst dann lock dich hier mit aus also lock dich da aus wo wir jetzt einfach hingehen danke 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 achte kein sensor komm mal kürri jetzt ich bin mir die ganze zeit da oben da warst du doch irgendwo die gun aufm curry steht da unten an der straße ach so da ist er passt doch gar nicht da rein alter willst du was essen dennis oder doch winchester motion aber die ist schon geladen ach so ok alles ist kaputt nix mehr zu essen danke hey echt cool also hier hinten sind doch apfelbäume wollt ihr da nicht was pflücken äh können wir auch da hinten wir kommen jetzt noch ein paar ja lass die leute mal loswerden die ganze zeit die damit kommen ich hab echt kein bock das hier also ist ja echt cool so wir kommen nicht die runden und so machen wir sind ja jetzt mit dem toto hier zusammen da können wir ja ist ja nicht sinn der sache ja dann lauf doch jetzt mal bitte alter wir müssen aber mehr vier stück sind wir go ganze dose gefressen der ist immer nicht satt wollt ihr da in den wald oder was also military base glaube ich ist nicht mehr hoch aber das überlebe ich nicht bleibst du da als der hochküri ey weißt du nicht weißt du wie lange das ist du darfst du locker ja nicht mal military wir können ja auch ein paar kleinere orte abklappern aber wenn du sagst du müde dann das Problem ist das ist was anderes also ich hab halt nur ein feuerlöcher und ich schiefe dich nicht und ich hab keine Angst dass die zombies uns killen oder wölfe alter wo wollt ihr denn jetzt hin ja aber das hast du immer am anfang ja ich wollte halt jetzt in die nächste ortschaft denke ich mal und halt ein bisschen duten weil ne ahnung ja gut aber du hast vorhin gepennt wir noch nicht alter naja klar geht ja hier wie am start oder das ist schon ich hab mich jetzt hier im wald aus hier okay dann weiß ich ja dass du direkt in der nähe von elektro bist du das ist gut ja also mit das haus direkt alter total willst du noch mitkommen will nur äpfel haben alleine drauf oder ich komm gerne mit dann gehen wir jetzt einfach noch ein bisschen chillig looten okay ohne wo seid ihr denn im wald hä man darf noch nicht mal was trinken oder so ja wo bist denn du ja hier aber das hier ja auf dem feld ja dann komm mal warte ähm ja warte wir machen das gleich das hier jungs soll es mal machen so leute wenn ihr wollt könnt ihr noch beim gigant auf twitch gucken der streamt jetzt noch weiter ein bisschen daisy wenn ihr wollt gigant twitch wollt der echt nicht mal mitmachen ne äh wir posten ich bin schon raus ich bin jetzt durch ich hab jetzt wieder 6 stunden 8 stunden gestreamt oder sowas ich poste den link im chat also wenn ihr jetzt daisy gucken wollt da könnt ihr das gucken ja mit dem toto spielt der jetzt dann noch weiter wenn ihr bock habt und äh mein nächster stream ist dann ähm eventuell morgen mittag pubg ja wie immer und ansonsten äh morgen abend äh übermorgen abend bin ich dann auch nochmal am start also ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid und äh ich wünsche euch was habt eine wunderschöne nacht danke für alle die zugeguckt haben an alle däumchen an alle follower an alle donations an alles und äh ja guckt beim gigant rein ne machts gut Leute danke 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 wie geht das nochmal mit dem apfel pflücken ey äh der toto hat menschenfleisch gegessen der schreibt hier bei mir grad rum ja dann hast du ihn auch schon die ganze wie geht denn wie geht denn der bug nochmal äh mit den apfeln ja äh du musst dich an den resten äh rechten äh ast stellen und dann einfach ganze zf spam ähm